Willkommen zu einem weiteren Platin-Guide hier auf meinem Kanal MadMask Gaming. Mein Name ist Marco und wir werden in den nächsten Roundabout 5 bis 6 Stunden hier einmal die Platin-Trophäe in Observer System Redux holen. Dafür müssen wir insgesamt 6 Gold, 11 Silber und 6 Bronze Trophäen einmal einsammeln, um dann mit der 24. Trophäe auch die Platin zu erhalten. Wir starten einmal ein neues Spiel und ich werde dir währenddessen jetzt hier gleich erklären, auf was wir im Einzelnen genau achten müssen. Es ist nämlich so, an und für sich ist die Platin-Trophäe gar nicht wirklich schwer. Das Ding ist nur, dass wir einen Haufen Sammelobjekte mitnehmen müssen und dafür müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es gibt hier nicht die Möglichkeit manuell zu speichern. Es gibt zwar ein paar Autosave-Games, das ist auch der Unterschied zur PS4-Version, dass es da nämlich damals nur ein Autosave gab. Damals konnte man aber mit einem USB-Stick auch noch sich ein bisschen helfen. Das kann man jetzt hier bei der PS5-Version leider nicht mehr. Also an der Stelle weißt du jetzt auch schon, wir spielen das Ganze hier einmal auf der PS5 und ich werde das auch so machen, die einzelnen Gespräche jetzt hier, die werde ich weiterdrücken, weil einen ausführlichen Guide, wo wir uns das auch genau nochmal im Detail alles ansehen und anhören, den findest du zum Beispiel bei der PS4-Version. Der Unterschied zur PS4-Version von dem ursprünglichen Observer-Teil, also es ist so, es gibt wirklich zwei Teile, die haben hier nämlich nochmal einen angepassten Teil rausgebracht, deshalb auch dieses System Redux als Untertitel. und der Teil unterscheidet sich insofern, dass wir nochmal, ich meine, drei zusätzliche Trophäen holen können und auch nochmal ein paar weitere Sidequests haben und die Sammelobjekte, die wir finden müssen, davon gibt es mehr und es ist auch so, dass die teilweise woanders liegen. Also von daher ist es schon so, dass wir hier auf jeden Fall aufpassen müssen und ich werde dir natürlich auch unten in der Videobeschreibung nochmal die ganzen Timelinks zu den Trophäen und zu den Sammelobjekten einstellen. So dürften wir auf jeden Fall nichts verpassen. So, jetzt haben wir hier auch so ein bisschen diese kleine Introsequenz genutzt. Ich habe dir, denke ich, alles Wichtige jetzt erstmal gesagt. Falls mir noch was einfällt, dann werde ich das noch hier mit einbringen. Aber das Wichtige ist halt wirklich, dass wir diese ganzen Sammelobjekte mitnehmen. Also es gibt nämlich einmal diese Nanofargenkarten. Also einmal von diesen, ja, von diesen Patienten sozusagen. Und die müssen wir einsammeln. Dann gibt es, ich meine, vier Rosen. Yeah, hey. Dann gibt es noch so ein paar RC-Fahrzeuge. Wie gesagt, wir drücken das hier alles weg. Du kannst dir ja das Ganze in Ruhe auf jeden Fall anschauen. Wichtig für mich ist, oder für uns ist jetzt natürlich an der Stelle erstmal nur, dass wir hier diese ganzen Sammelobjekte alle mitnehmen, dass wir einigermaßen gut durchkommen. So, ich gehe mal einmal hier rein. Ich werde immer mal hier unten nach links gucken. Ich habe mir hier das Tablet aufgestellt und habe ich die Notizen, die ich auch schon damals hatte, bei dem ersten Platin-Guide, den es hier auf dem Kanal gab. Das war nämlich damals Observer. Und ja, jetzt im Rahmen der 30-Tage-30-Platin-Challenge, habe ich mir gedacht, können wir auf jeden Fall hier noch System Redux mit reinnehmen. Macht es natürlich auch für mich ein bisschen einfacher, weil ich das schon zum Teil natürlich hier kenne und mir auch schon eine Liste aufgeschrieben habe, auf was ich natürlich achten muss. Nichtsdestotrotz müssen wir ja aufpassen, dass wir alles mitnehmen. So, und hier gehen wir jetzt gleich hin. Ihr könnt jetzt hier das nicht überspringen. Seine ID hört sich an wie eine Postleitzahl. So, jetzt kriegen wir hier ein bisschen was erklärt. Wir können uns aber an der Stelle direkt schon die erste Trophäe einmal holen. Und zwar dafür, dass wir uns jetzt nochmal eine Pille reinpfeifen. Wir drücken jetzt einfach nur Dreieck und schlucken nochmal eine Pille. Und damit müssten wir jetzt einmal überstimuliert sein. Genau, wir haben den veränderten Zustand, weil wir hatten ja eine Pille schon im Auto genommen und die nächste Pille haben wir jetzt einmal hier in dem Apartment genommen. So, und damit hätten wir auch, wie gesagt, schon wieder die erste Trophäe. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen was scannen. Und dafür gibt es dann später auch nochmal eine Trophäe, wenn wir, ich meine, 100 Objekte einmal gescannt haben. Deshalb einfach so viel wie möglich hier einfach scannen. Jetzt können wir das Ganze hier nochmal umschalten. Können nochmal auf diesen Bio-Scanner gehen. Wie gesagt, einfach so viel mitnehmen. So viel scannen, wie geht. Und, ähm, dann sollten wir auch relativ schnell an die Trophy kommen. Also da wirst du ganz automatisch, denke ich mal, im weiteren Spielverlauf auch drankommen, weil du ziemlich viel scannen wirst. So, ähm, ja, mit der, mit der Steuerung muss ich mich immer wieder ein bisschen noch anfreunden. Äh, genau, hier, das war seine, seine Waffe. So, dann müssen wir als nächstes hier einmal in die Küche. Hier oben gibt es so ein, so eine Figur, so ein Pokal. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir auf jeden Fall einmal hingehen und mit R1 die EM-Sicht uns wählen. So sieht der nämlich, dass wir hier einmal so eine, ach, Mensch, ich will immer mit Dreieck rausgehen, dass wir hier so einen, ähm, Chip drin haben. Wir nehmen den nämlich an der Stelle dann mit. Wenn wir die, den EM-Scan nicht gemacht haben, dann haben wir nämlich das Problem, dann nimmt er diese, diesen Pokal nicht mit. Hier gibst du einen, 1, 9, 8, 4. Den Code würdest du normalerweise dann finden, wenn du dich hier im Raum ein bisschen umschaust und hier hinten einmal an den Roman von George Orwell geht, ähm, 1984. Das ist nämlich dann das Passwort. So, dann müssen wir als nächstes einmal hier an den Computer und hier haben wir jetzt auch schon, ähm, müssen wir mal gucken, ob wir hier einen Hinweis haben. Ne, hier haben wir keinen Hinweis. Aber was hier wichtig ist, ähm, müssen wir hier einmal die Tür öffnen. Und hier gibt's jetzt noch kein Minigame an der Stelle. So, hast du gesehen, hier ist sonst nichts versteckt. Von daher können wir wieder rausgehen. Und dann war's das jetzt hier an der Stelle. Wichtig war wirklich, dass wir hier den Pokaleimer mitnehmen. Und dann kommen wir jetzt auch wieder raus. Ja, jetzt passieren hier noch ein paar Sachen noch. Währenddessen können wir jetzt zum Beispiel hingehen, können hier einfach mal ein paar, ein paar Dinge noch scannen. Also, jetzt wird hier der Alarm ausgelöst. In der Zeit können wir eh nichts großartig tun. Es ist einfach nur arschlaut. Und, ähm, ja, wie gesagt, bringt eigentlich nichts. Wir scannen in der Zeit einfach mal ein paar, ein paar Objekte, die wir halt hier noch sehen. und so kommen wir auf jeden Fall dann auch ziemlich schnell auf die 100. So, jetzt müsste der Alarm einmal vorbei sein. Ich wollte schon wieder mit Reik rausgehen. So, und jetzt wichtig, wir sind also jetzt hier einmal aus dem Apartment rausgekommen und müssen einmal hier die Tür öffnen. Und hier findest du die erste Nano-Fahrenkarte. Die nimmst du dann mit. Du siehst auch immer, es gibt hier hinten solche, ähm, solche Hinweise, diese kleinen Schilder. Wenn du die halt siehst, dann kannst du das auch nochmal als Orientierungspunkt nehmen. Aber wie gesagt, ich werde dir auf jeden Fall ganz genau zeigen, wo du alles im Einzelnen findest. So, dann müssen wir auf jeden Fall hier hingehen, müssen ein paar Befragungen machen. Das Gute ist, wir können das relativ schnell durchdrücken und können dann anschließend hier auch nochmal den, in die Tür hier scannen. Ähm, warum diese ganzen Befragungen? Das hat einfach damit zu tun, dass wir dann nämlich auch noch eine Trophäe bekommen, wenn wir, ich meine, 20 oder 25 Ausbewohner einmal befragt haben. Und das nehmen wir dann halt einfach mal mit, ja. Hier hinten, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, war hier auch noch eine? Ja, die können wir auch noch befragen. Drücken wir aber alles schnell durch. Ähm, Ähm, wie gesagt, in dem anderen Guide, den ich mal für die erste Version erstellt habe, da ist es alles ausführlicher. Ähm, da siehst du auch nochmal die einzelnen Gespräche. Aber jetzt hier für unseren Run mache ich das einfach so, dass wir relativ schnell einfach jetzt hier durchkommen. So, die können wir auch nochmal fragen. Einfach, einfach durchdrücken. Das ist jetzt, wie gesagt, an und für sich erstmal nicht so wichtig. Hier, mit dem sprechen wir. Hier auch nochmal scannen. Huch. Ich sag ja, ich muss da immer gucken, wegen der, wegen der Steuerung. Ähm, ich finde, von der, von der Aktionsbelegung her, wo was ist, ähm, ist relativ, relativ schwierig, schwierig, also was heißt schwierig, nicht, nicht schwierig im Sinne von schwer, aber, äh, unüblich zu dem, was, was man sonst halt so kennt oder spielt, ja. Ähm, zumindest habe ich so das Gefühl. Okay, wir gehen mal weiter. Das kann man sich alles in Ruhe wirklich anhören, das ist überhaupt kein Ding. Ähm, es sind auch wirklich ganz coole Sachen dabei, also, das Spiel an sich ist auch richtig, richtig cool. Ähm, nur im Rahmen von der, upsala, von der Challenge, geht es ja darum, auch relativ schnell durch die, von der 30 Tage 30 Platin Challenge kommt es auch, huch, äh, heißt es auch, dass man relativ schnell durch ein Game halt durchkommen soll. So, hier haben wir, hier haben wir auch noch was. Können wir nochmal scannen. Ähm, vor allem, dass wir unter 10 Stunden bleiben, das würden wir auch, wenn wir das ausführlich machen. Und das hier ist auch kein Speedrun, aber, wie gesagt, ich möchte natürlich versuchen, trotzdem relativ zügig hier einfach durchzukommen und dir hauptsächlich darin zu zeigen, wo du die ganzen Sammelobjekte findest. Das ist ja wichtig für dich, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung. Okay, hier ist auch nichts. Wir müssen als nächstes gegenüber von Raum Nummer 15 einmal schauen. So, hier kommen wir jetzt nicht raus. Genau, hier müssen wir einmal hacken. Das macht er relativ, hier hat er jetzt so Zahlen gefunden. Genau, ich wollte schon sagen, das macht er von allein, das macht er aber gar nicht von allein. Null, und irgendwo steht noch eine Zahl still, da unten die 6. Jawohl. Einmal raus und weiter geht's. und wieder scannen. Wie gesagt, das machen wir einfach, damit wir auf jeden Fall die Trophy bekommen. So, jetzt hast du gesehen, hier fährt schon eines von den Autos weg und hier sind wir jetzt gegenüber von Raum Nummer 15 und hier liegt auf dem Kühlschrank auch schon unsere Karte Nummer 2. dann wirst du dich vielleicht wundern, wenn du den ersten Teil gespielt hast, wirst du das hier nicht gesehen haben. Das gibt es nämlich dort auch nicht im ersten Teil. Wir können jetzt hier auch nichts scannen, aber wir können hier einmal, upsala, diese Teile einstecken. Ach, so rum geht's nicht. Huch, wo ist er jetzt? Das ist nämlich auch eine neue Nebenmission für dies, wenn wir die abschließen, auch noch eine Trophäe gibt. Jetzt kannst du dir das hier ganz in Ruhe anschauen, wenn du Bock hast und hier gibt's das erste Feuer und Schwert Spinnen-Level oder die ersten zwei und die machen wir jetzt. Die sind easy die ersten Level. Logisch. Da können wir relativ schnell durch, aber ich sag dir, später wird's auf jeden Fall etwas schwieriger und hier sind auch mehr Level als in dem ersten Teil. Schnell die Münzen noch mitnehmen. Unsere Prinzessin steht drauf. Könnten den jetzt noch killen, können aber auch so weitergehen. Fast easy. Das war's. Mehr können wir jetzt hier nicht machen und mehr erfahren wir jetzt, glaube ich, hier auch nicht. Denn hat sich, meine ich, da irgendwie Notizen gemacht in seinem hier in seinem Dingensbums. Option untersuche den Tatort, identifiziere den Anrufer, frage die Nachbarn. Ich glaube, das ist diese neue Nebenmission. Findung greifen auf den anderen drei Schreine zu. Genau. Genau. Jo, wir machen hier mal weiter unsere Befragung. Haben wir jetzt schon gescannt? Ne, haben wir, glaube ich, nicht. Nehmen wir noch mal mit. Hier. Geht keiner ran, aber wir können noch mal scannen. Ups, mir der falsche Knopf gedrückt. Und hier wichtig, jetzt hier um die Ecke, und zwar an dem Zimmer 017, da findest du jetzt hier unten einmal das Auto. Das kannst du auch noch mal scannen. Das zählt dann auch mit rein. und natürlich einmal aufheben, sodass wir da auch wirklich dieses Auto einmal gefunden haben. Das ist ja mit eins der Sammelobjekte. Was ich, glaube ich, noch nicht gesagt habe, ist, dass es auch noch diese Tonaufnahmen gibt. Davon gibt es, glaube ich, auch noch mal vier Stück an so Radios. Da ist es wichtig, dass wir uns, dass wir die natürlich zum einen finden und zum anderen auf jeden Fall auch auf jeden Fall auch einmal Huch, ne, hier kommen wir nicht lang. Sorry, jetzt bin ich natürlich schon etwas verwirrt. Wie gesagt, dass wir sie einmal finden und dass wir sie uns auch komplett anhören. So, hier einmal einmal die Tür zu. Hier dahinter haben wir nämlich noch eine Karte. Synchrosine nehmen wir mal mit. Können wir gebrauchen. Und hier gehen wir einmal an den Rechner. Jetzt machen wir erst mal hier diese Minigames. Ich hatte kein Schwert. Den locken wir raus. Zack. Jetzt müssen wir den hier oben noch rauslocken. Einmal da unten um die vier Ecken. So, und jetzt können wir einmal zur Prinzessin. Jawohl. Menü und noch ein zweites Minispiel. Hier müssen wir mal ein bisschen schauen. Ich glaube, hier war der Trick, den auf jeden Fall aus seinem Loch rauszuholen. Den da unten mitnehmen. Die alle hier so nach und nach einsammeln. Ja, wir machen den mal platt. Ich weiß das jetzt hier an den Stellen auch nicht auswendig. Kann sein, dass das jetzt nicht korrekt war. Jo, das war nämlich, das hat nicht gepasst. Egal, dann machen wir das einfach nochmal. Das wird ja relativ schnell geladen. den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Den haben wir. Den. So, so wird ein Schuh draus. Das war nämlich das Ding, man muss erst zur Prinzessin und sie nimmt einen dann nicht an, weil wir nicht alle Coins haben. Aber wir können jetzt einmal hier durch zack. Und jetzt hat sie, jetzt hat sie Bock auf uns, jetzt nimmt sie uns mit. Okay, wir haben die vier Level. So, und jetzt? Ah, ne? Ach so, wait. Wir haben was Wichtiges vergessen. Wir haben hier, genau, hier müssen wir uns nämlich die, die Dings anschauen. So, und jetzt, Achtung, vom. Du wieder? Du wieder? Nicht eine gute Idee, für mich. Okay. Ja, wir sind falsch abgewogen. Was du ihm hier erzählst, ist wirklich völlig egal. Das interessiert nicht. Also du, man muss hier keine Beziehung irgendwie aufbauen oder irgendwas Bestimmtes fragen für irgendeine Quest. Das ist völlig egal. Also, so tief geht das Ganze hier nicht. So, und dann sind wir hier in dem Raum auf jeden Fall erst mal fertig. Und zwar, warum ich vorhin hier hinten an dem 017 so gestaunt habe oder so geguckt habe und nochmal geprüft habe. Es ist nämlich so, in der ersten Version Observer, da war da drin, nämlich dann noch ein bisschen was zu holen. Das Ganze hat sich jetzt aber verlagert, also an Sammelobjekten zu holen. Das Ganze hat sich jetzt aber verlagert und ist jetzt inzwischen bei dem Raum Nummer 208 zu finden. Und in den kommt man auch gar nicht mehr so ohne weiteres rein. Deshalb gehen wir da jetzt auch gar nicht erst direkt hin. Aber das zeige ich dir dann alles, wenn es soweit ist. Nur für dich schon mal zur Info. Das ist auf jeden Fall einer der Unterschiede, warum das so einfach nicht mehr funktioniert. So, wird geladen. Ja, ready, ready? Muss ich jetzt hier erst mal schauen, oder was? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau im Detail. Wir wollen nämlich hier rein. Hallo? Jetzt geht's auf einmal. Rauchmelder ein. Jo, das können wir ausschalten. ist eigentlich wurscht. Wartungszugang ein, genau. Das brauchen wir. So, und dann gibt's eine aktuelle Version und ich kann mir das nie merken, welche genau das ist. Okay, das war falsch. Dann ist, glaube ich, die, oder? Nee. Jo, dann war's die. Okay. Und das ist halt wichtig, dass wir nämlich jetzt hier in diesen Wartungsschacht oder was auch immer, Lüftungsschacht hier einmal reinkommen. Ups, dafür müssen wir erst mal das Ganze aber noch zugriff gestattet. Ja, das ist halt, man muss manchmal dreimal drücken, ein paar Sachen. Aber das ist nicht wild. So, einmal hier unten durch. Wie gesagt, so 100% im Detail, wie das jetzt nochmal war, weiß ich auch nicht mehr zu 100%. Ich versuche natürlich hier meine Liste abzuarbeiten. Und wichtig für uns ist auf jeden Fall, dass wir hier diese ganzen Karten und alles mitnehmen. Weil das ist so ein bisschen wirklich die Herausforderung bei der Platin, dass wir da alles mitnehmen. Und wenn du wissen willst, wie viele du jetzt eingesammelt hast, dann siehst du das hier unten einmal. Wir haben jetzt zum Beispiel vier von 46 schon eingesammelt. Das passt auch soweit von dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Müsste eigentlich alles soweit in Ordnung sein. Genau. So, dann gehen wir einmal hier durch. Wieder nach draußen. Gehen hier nochmal nach links. Und zwar neben dem Eingang vom Tattoo-Laden gibt es hier hinten nämlich auch noch eine Karte in der Mülltonne. Kannst du halt immer nochmal gucken, wenn die dann eingesammelt hast. Jetzt steht da 5 von 76. Also passt das auf jeden Fall auch. So. Wir müssen als nächstes hier wieder rein. Gehen einmal hier nach unten kurz. Ups. Wir müssen ziehen, nicht drücken. Und hier unten befindet sich nämlich hier in der Ecke die erste Rose. Man sieht es schlecht. Man kann hier die Nachtsicht noch aktivieren. Genau. So. Das ist wichtig. Wie gesagt, das ist mit eines der Geschichten, die wir auf jeden Fall einsammeln müssen. So. Und dann gehen wir jetzt einmal nach oben in den ersten Stock. Und hier liegt auch schon die nächste Karte. Hier an dem... Ja, wenn du hier oben einmal angekommen bist, hier direkt an dem Laptop oder an dem Überbleibste von dem Laptop, nehmen wir auch mit. Und jetzt bekommst du schon mal noch eine Trophäe dafür, dass du... Ich meine, ähm... Irgendwie 10... Ich glaube, 10 muss man einsammeln. Wir kriegen die Trophäe jetzt allerdings schon... I don't know why. Keine Ahnung. Vielleicht ist das an der Stelle irgendwie ein Bug oder so. Normalerweise musst du, glaube ich, 10 eingesammelt haben. So. Dann gucke ich einmal hier unten und scroll mal ein bisschen weiter. Genau. Wir gehen jetzt hier rein. Das war schon richtig. Hier auf der Toilette. Hier gibt es auch noch mal eine Karte. Perfekt. So. I can hear you out there. Help me please. Help me please. Okay. What's wrong, sir? Mit ihm reden wir. Also, wir drücken das Gespräch jetzt nur schnell durch. Und scannen natürlich hier auch wieder die Tür. Jo. Dann haben wir das auf jeden Fall. Hm. So. Jetzt muss ich überlegen. Ähm. Er ist der Stock. Genau. Da waren wir. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Hier hinten. Hier. Genau. Wichtig. Hier ist auch noch eine Karte. Haben wir. So. Wir gehen wieder hier rein. Gehen hier immer weiter. Ich glaube, wir können jetzt hier nur die Sachen scannen und gucken, ob wir hier noch irgendwelche Gespräche führen können. Ja. Jo. Ja. Okay. Danke. Wie gesagt, das kann man sich natürlich alles schön in Ruhe anhören. Ähm. Ich habe das hier, wie gesagt, bei meinem ersten Durchgang auch gemacht. Aber jetzt für uns ist es halt wichtig, dass wir die, dass wir die Trophy bekommen. Und. Du kannst dir das auf jeden Fall alles natürlich, ähm. Oder solltest dir das in Ruhe auch reinziehen. Was ist schon cool gemacht und es ist spannend und, ähm. Ja. Sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ähm. Hier. Hier gehen wir noch nicht rein. Meine ich. Muss ein bisschen auf meine Liste gucken. Dass wir hier nicht irgendwas vermasseln. Weil es kann dir wirklich passieren, dass du irgendwo was nicht mal einsammelst oder nicht mitnimmst. Wir gehen nämlich jetzt hier erstmal 105 bis 114. Und ich trau dem Autosave-Ding nicht so 100%. Weil, ähm, ich das schon feststellen musste, dass bei den Karten es nämlich auch passieren kann, dass Karten dann nicht da sind. Und, ähm, da war was, oder dass da was geglitscht hat irgendwie. Ich weiß es nicht. Also, oder gebackt, sag ich mal so. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, ey, dass es 2084 in den Häusern so aussehen soll. Na, gute Nacht. Egal, ob jetzt hier, ähm, das in, in Krakau ist, oder, in, oder sonst wo, ja. Weil wir, es spielt ja jetzt hier in Krakau. So, hier unten zeigt der Fernseher jetzt einmal nach rechts. Wir sind hier auf Höhe von 107. Apartment 107. Wir gehen jetzt hier auch rechts. und hier hinten gibt es nämlich die nächste Karte. Gleichzeitig ist hier jetzt auch noch der nächste Altar. Müssen wir halt hier wieder schauen, dass wir den ganzen Kram da so einstecken. Ist schon hier das Kabel auch irgendwie ein bisschen. Na? Ja, haben wir. So, wo ist das dritte Teil? Hier. Wo ist das dritte Teil? Komm. Wollt nicht. Die Sau. Ja, hier haben wir jetzt wieder, siehst du, das Fallprotokoll wurde jetzt aktualisiert. Hier haben wir vor allem auch wieder ein paar von den Minigames. Den rauslocken. Hier war jetzt, meine ich, der Trick, vor allem alles erstmal an Spinnen einzusammeln. Was ging? Die hier oben logischerweise erstmal nicht. Jo, und es gibt ja nur die zwei Münzen. Wir müssen jetzt eigentlich gar nichts weitermachen. Und einmal zur Prinzessin. Also, wollte uns das Ganze hier ein bisschen flachsen, ein bisschen verunsichern. Mehr Minigames gibt es jetzt hier an der Stelle nicht. Genau, und mehr können wir jetzt hier auch nicht machen. Wir können das nochmal scannen. Was können wir noch machen? Genau. Ich wollte gerade sagen, können wir auch jeden einzelnen Stecker scannen. Das werden wir jetzt aber neu... Okay, da weiter, da weiter. Die 108. Die 108. Ich glaube, in die 108 können wir erst später. Irgendwas war da nochmal. Ich glaube, im Rahmen von einer Quest oder so. Müssen wir mal schauen. Ja, genau. Ich glaube, da kommen wir erst später hin. So, müssen wir uns einfach nur merken. Hier können wir nichts scannen, hier können wir nichts aufmachen. Können wir nämlich, glaube ich, erst, wenn wir die ganzen Altare einmal freigeschaltet haben. So, ich gucke jetzt mal. Doch, wir müssen hier rein. Hier gibt es nämlich in der Toilette das erste Radio und wie gesagt, hier sollten wir uns die Aufnahmen auf jeden Fall zu Ende anhören. Nicht wegdrücken. So. Genau. Es ist nämlich so, von diesen Aufzeichnungen gibt es nämlich noch ein paar mehr und wenn wir nämlich eine dieser Aufzeichnungen nicht komplett zu Ende gehört haben oder alle nicht komplett zu Ende gehört haben, dann haben wir das Problem, dass wir nämlich die letzte Aufzeichnung später nicht bekommen. hier einmal das Teil einstecken. Okay. Halbprotokoll wieder aktualisiert. Hier noch ein Minigame. Hier müssen wir ein bisschen schauen. Hier gibt es nämlich so ein paar andere Evil Evil Guys die uns da auch auf die Pelle rücken wollen. Hast du gerade vielleicht schon gesehen. Der war schon ziemlich ziemlich nah dran. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Genau. Jetzt gehen wir einmal hier runter. Ja, das müsste klappen. Weil wir müssen natürlich gucken. Irgendwann gibt es den Punkt, wo wir den ersten von den von den Typen einsammeln und ab dann zählt es. Ab dann dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Aber das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh, wir haben wir haben ihn aber nochmal nochmal ausbügeln können. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber das ist wichtig auf jeden Fall, dass wir den hier komplett einmal nach drüben locken. Hier nach oben. Hier runter. Hier müssen wir auch lang. Wir müssen es ja mitnehmen. Ja, genau. Was ist Blödsinn? Was ist Quatsch? Ich weiß gar nicht, was ich bei mir im ersten Lauf da machen wollte. Okay. Egal. Wir haben das sechste Minigame geschafft. Haben hier den Altar auch gefunden. Genau. Sehr gut. Jetzt kommen wir hier scheinbar nicht raus. Zumindest wird uns das erst mal so... Jetzt kommt jemand angestampft. Oh mein Gott. Wer ist das? Ja, das ist der kleine Hausroboter. So. Jetzt muss er uns nur noch durchlassen und dann ist alles cool. Ja, komm. Ey. Sie ist hier. Wird dir auch schon wieder signalisiert. Achtung, hier müsste irgendwie eine Karte sein. Zur Orientierung auch nochmal Raum 110. Der Apartment 110 und zwar hier hinten in dem Schränkchen. Da haben wir auch noch was. Können wir nochmal... Wie gesagt, wenn du die halt alle befragt hast, dann irgendwann wird auf jeden Fall ganz automatisch dann die Trophy kommen. Hier nicht vergessen. Auch nochmal mitscannen. Und dann sollte das überhaupt kein Thema sein. Sollte kein Problem sein. Genau. Die Spülung von der Toilette haben wir gedrückt. Ich gucke nur gerade. Jetzt müssen wir zu 111, 114. Und... Ups. Gehen wir hier durch. Nee, hier war es nicht. Auch nochmal scannen. Genau. So. Hier kriegen wir nämlich jetzt gleich schon unsere erste SideQuest. Oh, können wir nicht scannen. Interessant. Ja, manchmal gibt es irgendwie so Sachen. Ich habe gemerkt, auch jetzt gerade mit dem System Redux Update gibt es jetzt auch so ein paar Sachen. Interessanterweise, die nicht mehr gescannt werden können oder mit dem man nicht interagieren kann, was normalerweise standardmäßig eigentlich funktioniert. Hier siehst du jetzt, hier gibt es auch nochmal so ein Symbol. Das soll uns aber, denke ich mal, nur signalisieren, dass wir auf jeden Fall hier rein müssen. Mhm. 1074. Perfekt. Ah, hier, das können wir scannen. Sehr nice. Okay. Tür auf, Nachtsicht an. Und hier in dem Schrank, da oben, da ist die Karte. Ich gehe davon aus, dass das einfach außen auch so ein bisschen signalisieren soll, pass auf, hier drin ist eine Karte. Vergesst die nicht mitzunehmen. So, und dann sind wir nämlich jetzt hier in dem Apartment von Pieta. Hier ist meine ich nur Syncrosine, genau, das nehmen wir mal mit. Das können wir ja gebrauchen. Das schadet ja nicht. Und hier sind wir einmal bei ihr angekommen. Das ist schon ganz cool gemacht, also ich finde das generell, ähm, eigentlich ganz, ganz interessant. So, dann können wir uns jetzt einmal mit ihr verbinden, beziehungsweise das müssen wir auch. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier gibt es nämlich schon die erste Änderung, ähm, oder eine weitere Änderung zu dem, wo man sonst diese Sammelkarten gefunden hat. Einmal hier rein. So, hier gibt es jetzt erst mal nichts für uns. Die können wir einfach durch. Ansonsten, das sind ja auch die Macher von, äh, The Medium, wo es ja jetzt auch nochmal die WS5-Version geben wird. Bin ich auch gespannt. Also das werde ich auf jeden Fall auch platinieren. Wird es auch einen Guide hier geben auf dem Kanal. Kommt, glaube ich, jetzt im September. So, und dann geht es einfach hier hoch. Hier kannst du zum Beispiel noch ein paar Tasten da drücken, ähm, an diesen, ja, komischen Teilen hier. Dann kriegst du nochmal ein bisschen was zu einer Story erklärt. Ich zeige das jetzt hier einmal, weil dahinter können wir uns eh verstecken. So. Genau. Da kriegen wir einfach noch was zwischen, zwischen Paulina und Pieter erklärt. So, und in der ursprünglichen Version zu PS4 war das so, da hast du hier, ähm, oder auch auf dem PC, ne? Ähm, auf jeden Fall in der ursprünglichen Version hattest du hier so einen Kasten. Da musstest du einen Schieberegler nach links, rechts und den anderen hoch runter. Dann ist da so ein Baum gewachsen. und da hast du dann anschließend, gab's dann so eine kleine Interaktion oder sowas und dann hast du die Karte bekommen. Das ist jetzt hier nicht mehr so und wenn du die Karte suchst, dann geh einfach hier auf die Rück, an die Rückseite und dann siehst du hier, hast du die nächste Karte. So, das war's für uns jetzt hier in dem, in dem Neuro-Hack von, von Pieta. Müssen jetzt hier nichts mehr machen, also außer jetzt halt hier rauskommen aus dem Heck. Weiß gar nicht, war das hier? Ne. Hier müssen wir den Hebel umlegen. Und dann einmal hier hochgehen. Und das Ding ist halt, wenn du halt diese Karte vergessen hast, dann hast du halt einfach das Problem, dass du, äh, ja, das ganze Game jetzt nochmal im Prinzip von vorne spielen musst oder aber, ich zeig dir gleich, wenn wir einmal hier draußen sind, was du auch probieren kannst, aber wo ich nicht meine Hand für ins Feuer lege, dass das wirklich zu 100% funktioniert. Und zwar kannst du einmal hier auf Spiel laden gehen und jetzt siehst du nämlich hier zum Beispiel gab's automatisch so ein paar, äh, Speicherpunkte. Nur, wie gesagt, ich hatte das schon mal in einem Probelauf, ähm, mir angesehen und probiert und an, in dem Fall hatte ich dann das Problem, dass Karten dann nicht mehr da waren, die ich aber nicht, ähm, die aber nicht gezählt haben. Also es war total, total komisch. So, jetzt siehst du hier, hilf uns, 108. Das ist auch der Punkt, wo ich vorhin gesagt hab, wir müssen später nochmal zu 108. Hätte auch sein können, dass wir das vielleicht schon früher bekommen hätten, aber ist jetzt nicht schlimm, da müssen wir eh nochmal in die Richtung vorbei. So, jetzt gehen wir hier noch das Minigame einmal mitnehmen. So, hier jetzt wichtig, nicht irgendwie einen von den beiden Killen, sondern nochmal den Schritt zurück und jetzt hast du nämlich beide gleich auf einmal glatt gemacht. Und dann muss ich jetzt aber selber ein bisschen überlegen. Ich glaube, wir nehmen das Schwert hier erstmal mit. Ich meine, jetzt können wir einmal hier lang. Ja, ich muss auch immer nochmal überlegen, also ist jetzt nicht so, dass ich da zu 100% sicher bin. So, jetzt haben wir noch ein Schwert. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Ich glaube, wir nehmen uns erstmal die Münzen mit. Ja, wir probieren es mal. Wie gesagt, wenn nicht, machen wir gleich einfach nochmal schnell einen erneuten Durchgang. Weil das Ding ist ja, ich muss jetzt auf jeden Fall die mal rauslocken. Dann kann ich die noch mitnehmen. So, und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Ich kriege zwar eine getötet, die kriege ich zwar jetzt gekillt, ich kriege jetzt hier noch die Münzen, aber ich komme jetzt hier nicht mehr an der vorbei. Okay. Erneut spiel. Das ist wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Hier müssen wir uns auf jeden Fall den den Kollegen mitnehmen. Ach, und hier So war's. So war's. So müsste es passen. Gehen wir hier rüber. Mitnehmen, mitnehmen. Da können wir nichts mitnehmen. Das war der Punkt. Der zweite Knackpunkt sozusagen hier. Ähm. Sammeln jetzt hier den Rahmen erstmal ein. Jetzt siehst du, jetzt kommen wir nämlich hier komplett links einmal durch. Ohne dass uns hier irgendwie eine auf den Fersen ist von den Spinnen. Einmal raus. Auf der. Und perfekt. Jo. Gehen wir wieder raus. Wie gesagt, hier ist sonst, meine ich, nichts Wichtiges. Ähm. Also nichts, was uns jetzt irgendwie voranbringt. Und dann gehen wir als nächstes noch mal zum ähm Raum 108 haben wir gesagt. Ich muss selber gucken. 1510. Ich meine, hier mussten wir lang. 110 und 109 und hier war die 108. Dan Lazarski KPD. Siehst, jetzt geht die Tür auch rauf. So, und hier jo, hat er ja sein sein special place, würde ich mal sagen. Ähm, Kennwort hier ist 5 ähm 2 3 2 und zwar und zwar einfach nämlich für Jader dann im Prinzip die die Tasten einmal drücken und hier müssen wir dann auch logischerweise wieder ein eins von den Minigames mitnehmen. Du siehst, das wird echt schon immer besser. Okay, hier oben sind wir jetzt erstmal safe. Äh, hier die können wir mitnehmen. Okay. Jo, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt so gut war. Nee, das wird nichts werden. Wow, doch, es wird was. So, und jetzt müssen wir die hier einmal killen. So. Das war jetzt ein bisschen Luck. Ein bisschen Lucky, das Ganze. Oh, was mache ich? Geht so weit gelaufen. Wir können direkt zurück. Einmal zur Prinzessin. Und jetzt kannst du dir hier, was weiß ich, noch ein paar Sachen anschauen. Wir scannen auch noch mal ein bisschen was. Das können wir ja noch mitnehmen. Aber ansonsten hier, was weiß ich, können wir auch noch mal ein bisschen was scannen. Hat er irgendwelche besonders tollen Filme von Jada. Und hier ist es jetzt wichtig, und das ist halt wirklich auch neu, weil dieser komplette Bereich neu ist, hier einmal die Karte noch mitnehmen. Genau, hier unten. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, was da hier irgendwie noch am Laufen ist. I don't know. Kannst jetzt hier auch gerne mal im Bio-Scannen einmal schauen, was hier so neben dem Blut noch ist. Gibt es nämlich irgendwie noch, ne? Kann er gar nicht scannen. I don't know why. Normalerweise kann er das hier auch alles scannen. Aber hier irgendwie sträubt er sich jetzt. Ah, hier. Ne, er kann es nicht scannen. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich an der Stelle gerade wieder irgendwie ein bisschen verbuggt, weil normalerweise sollte er das auf jeden Fall jetzt hier scannen können. Okay. Jo, das haben wir gemacht. Das war der wichtige Part jetzt hier an der Stelle, dass wir das auf jeden Fall mitgenommen haben. Ich meine ansonsten war jetzt hier sonst erstmal nichts. Wie gesagt, dass wir das jetzt hier nicht scannen können, keine Ahnung. I don't know why. So, dann gehen wir jetzt einfach mal zur 104. 104, 105. Ah, da müssen wir wieder hier raus. Genau. Und da waren wir nämlich vorhin schon, aber das war wichtig, dass wir da halt noch nicht weitergehen. Ich schau gerade nochmal, dass wir auch alles haben. Das haben wir. Das haben wir. Ja, passt. Pascht soweit. So, hier ist nichts, was hier irgendwie rumliegt. Das können wir nochmal scannen. Haben wir glaube ich vorhin noch nicht. Und wenn nicht, haben wir es jetzt doppelt. Das schadet nichts. So, einmal hier rein. Anyone here? So, hier kannst du auch nochmal was scannen. Jetzt noch einen Ausweis von Helena Novak. So. Oh, Gott. Aber dem hänge schon die die Innereien raus. Amir. Okay. Er kann halt nicht mehr sprechen. Sein Sprachgerät da oder was weiß ich. Das wurde da irgendwie zerfetzt. Was er da am Hals hat. Okay. Einmal hier rein. Und einmal verbinden mit dem Amir. So, und jetzt sind wir einmal im Amir-Hack angekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier gibt es nämlich auch wieder gleich was einzusammeln und das kannst verpassen und du kommst später nicht nochmal in den Hack vom Amir rein. Sand hier, gell? Die ganzen Geräusche auch, ey. Okay. Äh. Ach so. Okay. Jetzt ist es erst auf. Genau. Und jetzt einmal hier reingehen. Und hier jetzt aufpassen nicht hinten ans Fenster gehen. Das war in der ursprünglichen Version auch schon so. Sondern erstmal hier den Schrank aufziehen und du siehst jetzt hier zum Beispiel in so einem Heck ist jetzt hier so ein radioaktives Zeichen und nicht mehr dieses Nanophagen Zeichen und hier die Karte ganz wichtig einmal mitnehmen. Wenn wir nämlich als nächstes hinten ans Fenster gehen dann ist die Karte nicht mehr erreichbar und du müsstest das Spiel komplett von vorne spielen oder beziehungsweise dir halt wirklich ich vertraue dem vertraue dem Ganzen nicht. Deshalb ich gehe hier lieber auf Nummer sicher. Na? Hallo? Ja, dieses Geglitsche oder diese Effekte da musst du echt da musst du echt einen guten Magen haben dass du da nicht irgendwie dir was weiß ich da an die Ecke kübelst. Mal gucken. Genau. Jetzt hier einmal nach rechts das ist ganz wichtig. hier steht jetzt Raum 752 ich meine in der anderen Version war es eine andere Raum aber eine andere Raum Nummer aber ganz wichtig unter der Absperrung durch dem Fernseher mit dem Pfeil folgen und dann hier hinten an der Tür hast du die nächste Karte so es war halt einfach wichtig da halt auch aufpassen mitnehmen das Ganze ok ich rush jetzt hier mal nicht durch weil ich jetzt auch nicht zu 100% sicher bin hier können wir glaube ich einmal klingeln beziehungsweise wir mussten hier auch sogar einmal scannen oder einmal das Gespräch annennen ob das jetzt mit dazu zählt dass hier wirklich diese ganzen Gespräche an der Tür geführt werden das weiß ich nicht das hier ist übrigens wenn du das Game schon kennst auch eine ganz gute Hinweis hier nochmal aber da verrate ich jetzt nicht zu viel falls das Spiel jemand noch nicht kennt ok es ist wie immer arsch dunkel wir können jetzt hier leider auch keine Nachtsicht anmachen also ok ich habe ich habe nur gerade geguckt wir müssen uns an einer Stelle gleich auch nochmal umdrehen es ist so verfickt laut so und hier sehen wir schon das erste mal den den Traumfresser das ist ja so der Gegner der uns theoretisch auch einmal killen könnte im Game ja da könnte man natürlich meinen dass das eine besonders große Herausforderung sein wird aber ich sag dir das ist überhaupt nicht so schwer hier einmal nicht zu sterben das passt also jetzt müssen wir hier auf den fernseher gucken wir sehen wir nämlich oder kriegen angezeigt durch welche Türen wir als nächstes gehen müssen also jetzt hier einmal durch die Tür mit dem Mülleimer das Nächste Tür ist die mit dem Regal also einmal hier durch dann die nächste Tür die mit dem Licht also hier und noch die Tür mit dem mit dem Sicherungskasten nebendran also einmal hier ok jetzt einmal hier hingucken und jetzt befinden wir uns einmal hier in der Szene die wir im Fernseher gesehen haben ja komm die gerade laut in meinem Rohr. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen leise erstellen. Weil ich werde natürlich sonst auch irgendwann immer lauter für die Stippe. Oh, sorry. Wir haben jetzt gleich einmal eine Szene, da müssen wir uns nämlich umdrehen. Müssen wir mal gucken. Das ist in so einem langen Gefängnisflur. So, hier nicht. Hier müssen wir dem jetzt folgen. Ich kann mal folgen. Ich weiß nicht, ob ich den gerade anschiebe oder... So, hier. Nee, hier auch nicht. Wie gesagt, es kommt gleich einmal der Moment. Ich meine jetzt nach... nach der... nach der Szene, genau. Genau. Und hier hinten einmal umdrehen, genau. Und hier an der Wand haben wir die nächste Karte. Wie gesagt, wenn wir die auch nicht mitnehmen, wir kommen halt nicht mehr ohne weiteres hier an diesen Punkt. Den Armiers bedanken. ja, hier noch nicht. Ich muss hier raus. Ich kann nicht mehr damit auf, ich kann nicht mehr mit expanded. Alles halt nu carrot zu machen. Es geht sein gut zu finden. Ich muss jetzt dieéd, vorbereiten. Ich muss dort einen Vorschlag. 一 ran! Ah, der kann auf dem Zigarettenstummel da rumliegen. Amir braucht seinen Stoff. Amir braucht seinen Stoff. Amir braucht seinen Stoff. Ah, das ist halt wirklich, das Game, das geht halt mit den Effekten irgendwann mal auch ein Stück weit auf den Zünder natürlich, weil es halt schon brutal ist. Also du bist von allen Seiten berieselt. Ja, du siehst jetzt hier die ganzen Farben, Effekte, die Glitches, ja, der Sound. Also dass du da nicht echt dich gleich selber schüttelst vorm Monitor. Deshalb ist es auf jeden Fall auch mal ganz gut, eine Pause zu machen, wenn man das Spiel zockt. Jetzt werde ich, also ich werde ich rusher jetzt sowieso hier durch. Ich werde auch jetzt gleich an der Stelle mal einen kleinen Break einleiten. Et du shop. Was sind wir? So, und jetzt einmal schauen. Da war ich mir nicht sicher, ob das ein neuer Abschnitt ist im Spiel. Ob der dazu kam. An den konnte ich mich jetzt so mit dem langen Raum nicht erinnern. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen. So, und ich meine jetzt einmal hier folgen. Ich glaube hier. Ja, genau. Hier findest du nämlich noch eine Karte. Und das ist dann auch die letzte Karte, die wir jetzt in Amir's Heck einmal finden mussten. Das sieht halt an der Stelle ein bisschen anders aus, als es noch im normalen Observer-Teil war. Aber ist nicht schlimm. Kann ich hier durch? Ja. Ich wusste gerade nicht mehr genau. Du musst versuchen, das für mich, für uns zu machen. Oh Mann. Dad! Dad! Wake up! Getoo! 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 Ich muss jetzt hier die ganze Zeit R2 halten und das Ding drehen. Jetzt sehen wir die letzte Szene, wo er draufgegangen ist. Das ist seine letzte Erinnerung. Das ist seine letzte Erinnerung. Warnung. Synchronisation. Administer Meditation. Neural Interrogation aborted. Subjekt expired during questioning. Emergency extraction procedures successful. Okay, jetzt schmeißen wir uns hier erstmal eine Pille und wir haben die Trophy bekommen. Ich bin ein Beobachter. Die bekommst du automatisch jetzt dafür, dass du einmal den Hack von Amir hinter dich gebracht hast. Und jetzt schlucken wir erstmal eine Pille. Du siehst, wir haben 17 von 76 Karten. Also immerhin. Und hier einmal das Synchronousine mitnehmen. Und dann hier ist es wichtig, einmal diese Dose. Schau dir die an. Siehst du hier 209 und 112. Zwei Zimmernummern. Wir gehen jetzt gleich einmal zu 112. Das ist ja auch eine Nummer, die wir gerade eben schon in seinem Hack einmal gesehen haben. Und einmal hier noch schnell die Karte mitnehmen. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Schau mal. Die hatte ich mir jetzt glaube ich gar nicht aufgeschrieben. Gut, dass wir sie nicht vergessen haben. Und dann können wir hier noch was scannen. Nehmen wir mit. Überleg gerade. Hier können wir noch was scannen. Hier ist noch ein Rechner. Das ist natürlich auch wichtig. Den nehmen wir uns einmal vor. Hier hast du glaube ich noch mal ein paar Mails. Da kannst du durchlesen. Aber das ist eigentlich nicht wichtig. Hier ein Lebenslauf von Amir. Und ein weiteres Minigame. Da siehst du, wir haben neun und zehn oder zwei Minigames sogar. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Wir müssen die alle hier nach unten bringen. Genau. Das war, meine ich, wichtig. Und der Schlüssel, um hier das Minigame abschließen zu können. Den können wir nicht noch weiter rüber bringen. Aber den. Oh fuck. Ähm. Wait. Ne. Okay. Das war nicht korrekt. Wollen wir nochmal. Aber den muss ich locken. Also ich weiß, dass ich den locken muss. Ähm. Okay. Egal. Ich hab's ein bisschen anders gerade in Erinnerung. Wir machen einfach mal. Wir gehen einfach mal weiter. Hm. Ne. Passt nicht. Okay. Nochmal. Also das war an und für sich hier gar nicht schwer. Das weiß ich. Aber du musst natürlich hier einfach nur diesen. Die richtige Reihenfolge drin haben. Ähm. Wenn da irgendwo mal. Kommt. Der kommt zu weit hoch. Und wenn der schon zu weit oben ist. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Jetzt haben wir hier das Schwert. Okay. Ach. Ja. Okay. Ich weiß, wo der Fehler war. Ja. Meine ich. Ich glaub ich muss den jetzt erst nochmal hochlocken. Ja. Oh nein. Oh mein Gott. Was ein Quatsch. Das war echt. Das war echt. Das war echt grad blöd. Weil. Hm. Ja. Da hätte ich einfach anders gehen sollen. Logisch. Irgendwie. Ich da hätte irgendwie anders gehen sollen. Ja. Gibt wahrscheinlich jetzt sicher auch einen anderen Weg. Weg. Wie man. Da. Durchkommt. Ähm. Genau. Weil wir müssen jetzt einfach nur den hier oben. Einmal rauslocken. Können hier unten. Um den. Links rum. Und jetzt sind wir bei der Prinzessin. Also sie ist es wirklich nicht schwer. Hat jetzt irgendwie nur einen Denkfehler da drin. Okay. Menü. Und die Nummer 10. Und hier. Gibt es keine Wände. Es gibt einfach nur. Ne Menge. Ne Menge. Ne Menge. Ne Menge von den. Von den. Von den Spinnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war nichts. Huh. Das war nichts. Oh mein Gott. Oho. Fuck. Oh no. Nein! Fuck! Das gibt's doch nicht! Also ich weiß, das war nicht... Das war nicht so schwer. Es gab hier... eine relativ... ...simple Lösung. Wir haben noch ein Schwert. Von oben kommt einer. Okay. Wir versuchen's. Wir haben noch ein Schwert. Jetzt haben wir zwei Schwerter. Ja, passt. Perfekt. Jo. Okay. Ja, so kann's gehen. Also, ansonsten haben wir hier nichts. Ja, so kann man sich in so einem... Im Game von Game kann man sich so... ...ne ganze Zeit lang aufhalten. Okay, aber... ...wir haben jetzt hier nichts mehr zu holen. Hier hatten wir alles. Wir können einmal nach draußen. Ähm, ich überlege grad. Lass mich grad ganz kurz gucken. Nicht, dass wir irgendwo hier was vergessen haben. Ne. Ne. Okay. Ähm, dann gehen wir jetzt grad einmal zur... 112. Zu 112. 112. 112. Also muss ich selber grad gucken. Wie kommen wir denn hier wieder raus? 112. Ähm. Da draußen knurrt die ganze Zeit irgendwie einer, hab ich das Gefühl. Oh ne, da schon wieder. 110. Und die 112. So, dann erzähl mal. Hm? Ist das zu deiner Verteidigung zu sagen? Drogen. Drogen. Okay, und dafür... ...haben wir jetzt einmal die Trophy bekommen. KPD, öffnen Sie die Tür. Das ist aber für die Befragung gewesen. Ähm, wir gucken grad nochmal. Genau. Versuche 20 Meter zu befragen. Ähm, aber ich will ja eigentlich noch die Trophy für die Drogen... ...spur. Und das müsste jetzt... ...uns einmal gelingen, wenn wir anschließend noch zum... ...Raum 209 gehen. Dafür gehen wir jetzt einmal hier hoch. Müssen einmal gucken. Ähm, einmal... ...hier durch. Und... Ne, hier war nicht die 209. Ah, ich muss selber erst mal schauen, wie wir da wieder hinkommen. Hier. So, und auf unserem Weg zur 209 haben wir jetzt hier nochmal eine Rose. Wichtig, die einmal mitnehmen. Die kannst du, glaub ich, auch nochmal scannen. Ich weiß nicht, kann man die scannen? Ja, könnten wir auch nochmal scannen. Also nochmal zur Sicherheit. 201... 209. So, genau. Den Lazarski spricht mit irgendwas, Bukowski. Das ist ein ehemaliger Wrestler wohl. So, und... Du siehst jetzt hier, es ist völlig egal, was ich hier genau drücke. Und an der Stelle bekommen wir die Trophy Drogenbahn. Okay, damit gehen wir aber jetzt hier nochmal zurück, so wie wir kamen. Ähm, damit wir jetzt hier nicht irgendwie großartig was vergessen. Wir gehen einmal schnell hier hoch. Möchte ich dir nämlich zeigen, hier oben ist noch eine Aufnahme. Die hören wir uns auch einmal fertig an. Das ist halt wichtig, wir dürfen die auf keinen Fall wegdrücken. Wenn wir die wegdrücken, verlieren wir die Möglichkeit, dann auch die letzte Aufnahme uns noch anzuhören. Genau, das war jetzt wichtig, wir haben es einmal komplett angehört. Okay, perfekt. So. Dann... Ähm... Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ähm... Nicht, dass wir hier irgendwie noch die Orientierung verlieren. So, warte mal. Hier hoch. Ich suche etwas Bestimmtes jetzt. Einen Anhaltspunkt für mich. Und zwar... Müsste das... Genau. Es müsste hier sein. Also, wir sind jetzt hier einmal... Ups. Eieiei, jetzt schlägt die fast ein Blitz ein. Äh... Wir sind jetzt hier einmal im Treppenhaus, wo wir 201, 207 hochgehen können quasi. Und gehen dann hier einmal über diese Balustrade wieder in den anderen Bereich. Und... Hier haben wir noch eine Karte. Und zwar hier... Ähm... Ja, das ist hier so ein altes Sofa. Und hier hinten steht noch ein Stuhl. Und auf dem Stuhl... Da haben wir einmal das Ganze... Haben wir noch eine weitere Karte. Und das ist hier in der Nähe von dem Raum 208. Ähm... Hier gut aufpassen. Falls es bei dir hier auch so aussehen sollte, bei der Tür, dass du hier durchgucken kannst. Normalerweise brauchst du für die 208 einen Schlüssel. Da drin sind auch noch Sammelobjekte, die wir auf jeden Fall mitnehmen müssen. Das Problem an der Stelle ist nur, wenn ich jetzt hier durch diesen Spalt durchgucke, wenn ich ganz nah an der Tür dran bin, dann geht die Tür auf. Das hat aber zur Folge, dass wenn du dann später einmal da drin bist und eine Sidequest ausführst und nicht den eigentlichen Schlüssel dafür hast, dann bist du in diesem Raum eingesperrt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gepatcht wurde. Ich will es auch nicht ausprobieren jetzt in unserem Run. Deshalb, ähm... An der Stelle seist du schon mal gewarnt. Und, ja... Einfach nur aufpassen. Den Schlüssel zeige ich dir gleich, wo wir den finden. Den finden wir nämlich unten im Tattoo-Laden. Und wenn wir den Schlüssel haben, können wir auch in die 208 rein. Okay. Jetzt haben wir einmal das. Wir müssen einmal hier rüber. Hier haben wir die Rose. Das haben wir auch gemacht. So, dann müssen wir, meine ich, hier weiter. So, hier ist eine Karte. Aber ich muss gerade mal schauen. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwas falsch machen. Ich möchte nicht die Orientierung verlieren. Genau. Auf der Schrank neben der blauen Tür. Da haben wir die Karte. Perfekt. So, jetzt müssen wir wieder im Game drin sein. Jetzt gehen wir einmal hier rein. Jetzt sind wir hier in der großen Küche. Und hier unten befindet sich das nächste Auto. Haben wir. Da ging jetzt so ein kleines Gespräch auch dadurch, glaube ich, los. Okay, und hier in dem, in der Küche, im rechten Kühlschrank, oberes Fach, hier ist auch noch eine Karte drin. Haben wir auch. Weiß ich gar nicht. Hier ist nix. Doch, hier müssen wir. Wait. Haben wir hier durch? Hier durch? Ne, hier können wir nicht lang. Hier können wir auch nicht lang. Da können wir nicht lang. Dann war es das hier mit unserer, mit unserer Reise hier in der Küche. Und jetzt müssen wir nach 211, 213. Gucken wir einmal. Genau, hier hinten. Und da wirst ihr jetzt gleich sehen, hier gibt es jetzt den, ich glaube, letzten Altar für uns. Und normalerweise ist hier an der Ecke ein Poster. Und da liegt dann die Karte. Und die liegt jetzt hier aber an der Stelle einfach hier unten. Ja, genau. Das war es schon eigentlich. Jetzt müssen wir hier natürlich wieder die, die Stecke einstecken. Na, komm. Na, wo ist denn jetzt hier das? Hier. Oh, passt wieder nicht. Komm. Jawoll. So, dann hier einfach nochmal ein PC. Es wird auch ein Fallprotokoll da drin aktualisiert. Und hier noch ein Minigame kam dazu. Hier müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Ähm. Ich meine, ich habe das hier so gemacht. Oh, fuck. So habe ich es nicht gemacht. Ähm. Erstmal. Hier, soweit es geht. Alle von den. Von den Spinnen einsammeln. Genau. Äh. Äh. So läufst du auf jeden Fall nicht Gefahr, dass du. Dass du hier von. Eine der. Spinnen. Attackiert wirst. Immer in dem gleichen Abstand. Siehst du, ich sammle eine nach der anderen Spinne ein. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel Spinnen wir jetzt hier hinten schon in dem Knäuel drin haben. Hm. Oh. Hm. Hm, hm. Waren wir auch. das war fast eins zu knapp einfach alle mitnehmen und dann sollte das und jetzt perfekt hätten natürlich auch ein bisschen anders gehen können aber alles gut so haben wir es auf jeden fall einmal hier durchgepackt und jetzt wurde das fallprotokoll aktualisiert gucken wir gerade mal rein untersuche den tatort da war helena novak das ist auch ein main quest ihr vorstellende symmetrie auch die wohnung der verrückten ausfindig miss das könnte so spät sein blablabla ich glaube das ist das was wir da machen müssen genau hier unten gibt es noch mal einen code nachricht erwähnten code 3092 genau aber ich weiß jetzt gar nicht steht hier ein zimmer dabei steht glaube ich nicht dabei aber alles nicht alles nicht weiter wild wir kriegen das auf jeden fall hin ja zimmer 108 das hatten wir auch und wir haben schon 22 karten ich glaube ich muss mir aber gleich mal was zu trinken holen irgendwie so wie so ein kloß im hals okay das war es soweit dann müssen wir als nächstes einmal in den dritten stock hier können wir jetzt eh nichts weitermachen hier könntest du natürlich jetzt noch mal ein paar gespräche reinfahren ich drücke das jetzt einfach mal durch blablabla ich mache das jetzt nur um dir das noch mal zu zeigen dass es natürlich hier auch noch türen gibt an denen du weiter diese gespräche auch dann finden wirst hier gucken wir gerade noch einmal draußen hier ist nämlich meine ich noch eine dann ist es ein stock weg weiter oben dann gehen wir einmal weiter hoch sind jetzt im dritten stock und hier haben wir noch eine karte genau das war ja auch hier wo wir noch das radio hatten und jetzt müssen wir 207 207 207 ich muss auch immer ein bisschen gucken ich weiß es als auch nicht immer auswendig wo wir genau den weg dann finden 207 wie kommen wir dahin 208 209 musste hier drüben sein hier in den raum kannst du übrigens auch rein ich weiß den code jetzt nicht mehr genau da gibt es ein ganz nettes easter egg 207 207 207 207 und hier bei den waschmaschinen hier da gibt es die nächste karte dann haben wir noch dann haben wir noch raum 205 hier daneben hier gibt es auch noch eine karte perfekt ok der code für den raum 200 und 207 den hatten wir ja bekommen das ist der code nummer 3092 der steht auch in unserem oh der steht ja auch in unseren in unserem fall drin also wenn wir einmal mit dreieck uns diese diese nette uhr vom den einmal aufrufen dann sehen wir da auch in dem fall dass einmal hier wir rein hier rein müssen so und hier in dem kühlschrank hallo warum kriege ich den achso hier unten nicht im kühlschrank sondern hier unten siehst du das ist sowas was ich gemeint habe das ist jetzt hier neu dazugekommen in system redox aber normalerweise konnten wir mit kühlschränken interagieren konnten die aufmachen jetzt geht das hier irgendwie nicht mehr aber okay das ist halt so ähm ja genau dann haben wir hier noch ein pc hier können wir uns nochmal so ein paar nette sachen rein fahren hier haben wir auch nochmal ein paar notizen und hier haben wir noch ein minigame okay wo sind wir wir starten direkt mit mit einem dude im nacken jetzt muss ich überlegen wir haben zwei schwerter ja bringt ja nichts wir müssen ja irgendwie erstmal an einem vorbei dann haben wir hier noch den einen mitgenommen so ok das schwert ganz rechts oben das werden wir uns nicht mitnehmen das werden wir nicht brauchen so so wir haben noch ein schwert die stöhnt sich da einander ok jo passt ne müsste passen genau jetzt ist die princess einmal happy und wir können wieder hier runter und nach oben jo perfect haben wir auch menü wie gesagt ansonsten ist hier glaube ich nichts großartig was wir uns noch irgendwie rein ziehen können wir können zwar hier scrollen das ist auch egal das ist auch interessiert uns auch nicht hier haben wir nichts können wir auch noch runter scrollen aber da kommt nichts dazu ich meine nämlich ach doch hier da 037 das müssen wir einmal gesehen haben ok da müssen wir also einmal hin in die 037 so dann können wir hier nochmal ein bisschen scannen oh hier auch interessanterweise kriegen wir das auf einmal mit Samenflüssigkeit aha mhm scheinbar irgendwie eine Spitz jo aber ansonsten gibt es jetzt hier in dem Raum nicht mehr viel du kannst jetzt wie gesagt hier das einfach nochmal scannen und dann passt das auf jeden Fall so dann müssen wir in die 205 die haben wir hier in die Karte hier hatten wir mitgenommen hier machen wir einmal die Tür auf gehen rein und dann befindet sich hier direkt auf der auf dem Tisch noch eine Karte hier kannst du rein gehen aber das ist alles egal hier ist nur eklig ähm und hier einmal die Tür aufmachen hier kannst du jetzt nochmal ein paar Objekte scannen auch müssen wir ja auch noch machen damit wir die 100 noch voll kriegen nimmst du einfach alles mit was du hier irgendwie was du hier irgendwie siehst was hier irgendwie rum liegt oder rum hängt so so und dann haben wir hier noch ein PC nee wait bevor wir jetzt hier zu schnell durchgehen ähm bevor wir jetzt hier zu schnell durchgehen genau hier haben wir nämlich das doch das Minigame genau nee war schon richtig ok so Minigame hier sind wir mit 310 soo hier kriegen wir jetzt eine Menge an Schwertern den werden wir schon mal mitnehmen dass der uns da gleich nicht auf den Zünder geht und ja bringt der nichts wir können den nicht irgendwie ein bisschen dran halten das geht auch nicht anders geht auch nur so so wir haben noch 4 Schwerter ähm ja wir gehen einfach mal wir gehen einfach mal hier durch versuchen wir mal unser Glück oh 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 das wird aber ich glaube das wird das wird aber nichts werden noch 2 Schwerter das wird schwer das wird schwer das werden wir so ohne weiteres glaube ich jetzt hier nicht hinbekommen muss ich gleich mal gucken ähm noch ein Schwert ah doch das müsste gehen ja jawoll perfekt first try oder war doch first try ok perfekt das haben wir auch ähm hier ist es jetzt noch wichtig dass wir einmal hier wissen dass wir hier gleich so einen genau hier unten so eine kleine Luke haben hier und da drin befinden sich nämlich so Bilder Polaroids und auf einem der Bilder befindet sich auch nämlich noch ein Zugangscode zu einem Kellerabteil wahrscheinlich würden wir da auch ohne rein kommen hier siehst du jetzt auch hier kannst du eigentlich mit dem Kühlschrank ganz easy interagieren wir scannen jetzt hier auch nochmal einfach damit wir auf die 100 auf jeden Fall kommen so hier können wir auch nochmal scannen sehr schön wie gesagt ich weiß jetzt gar nicht ob wir hier irgendwie lesen mussten dass das in einem der Kellerabereiche da ist ich meine nicht es ist auch egal also wir werden da auch so unten rein kommen wichtig war halt jetzt nur dass wir einmal gesehen haben dass es diesen Zugangscode gibt und ansonsten gibt es jetzt hier eigentlich erstmal nichts mehr für uns außer ich meine hier noch ein bisschen was was wir scannen können das nehmen wir auch noch mit und ich meine hier drunter auch noch was ne ne ok jo mehr mehr ist jetzt hier erstmal nicht für uns zu holen und und hey warum steht der nicht auf jetzt hier können wir nochmal scannen 204 haben wir gescannt hier können wir nichts machen das ist so ein und hier wie gesagt hier gibt es ein ganz nettes Easter Egg das ist so ein bisschen gemacht wie der Label Teaser also zu Silent Hills damals PT auch genannt einfach und der Code wenn du hier reingehen möchtest ist 3690 ich mach das jetzt nicht weil da gibt es für uns an Sammlerobjekten nichts zu holen ähm es ist halt einfach nur nochmal ganz nett so gemacht und ja auf jeden Fall lustig also 3690 wenn du hier rein möchtest und ansonsten gehen wir einmal weiter wir müssen jetzt zurück in den dritten Stock also die Reihenfolge generell um das auch nochmal gesagt zu haben die Reihenfolge in der ich den Kram jetzt hier natürlich einsammle äh du musst es nicht so einsammeln ähm das bleibt dir ja völlig frei ich mach das halt nur in der Reihenfolge ja weil ich es mir irgendwann mal so aufgeschrieben hatte aber ansonsten kannst du das ja völlig frei wählen so jetzt müssen wir hier irgendwie 302 302 hier können wir rein hier gibt es einen Code und hier hinten in der Ecke am Hängeschrank wo war das? hier im Hängeschrank da oh das ist sogar unser guter Rodger Hauer ja ist ja auch 2019 ist er glaube ich verstorben ne ähm okay das haben wir dann einmal hier im Puppenraum hier müssen wir glaube ich einmal mit dem Hack arbeiten gucken was haben wir hier 5,9 6 mhm wo haben wir noch eine Zahl die still steht die 3 hier 6,3, 5,9 wäre hier der Code gewesen die Hacks funktionieren nicht überall also manchmal brauchst du auch ein äh musst du auch ein Code ganz normal eingeben jetzt gehen wir einmal hier rein da hier der Puppenraum ey wirklich sowas sowas von spooky gemacht aber okay dann einmal hier rein ähm hier weiß ich gar nicht hier finden wir irgendwelche dubiosen Nachrichten aber wichtig für uns sind ja die Minigames wenn du merkst es wird echt immer schwieriger so hier auch wieder einmal besser einen Schritt zurück gegangen ähm und jetzt muss man überlegen was können wir da jetzt tun wie können wir da jetzt vorgehen ähm wir könnten jetzt einmal die zwei hier aus der Ecke locken so dann können wir hier runter gehen hier rein hier rein zack gucken ob wir jetzt großartig was gewonnen haben ich glaube wir haben ja ich glaube das war schon das war schon ein Fehler lass ich mal drauf gehen erneut spielen also du siehst ich weiß die die Geschichten jetzt hier an der Stelle auch nicht auswendig ähm ja das Problem ist ich habe kein Schwert ich muss den platt machen jetzt habe ich den hinten an der Backe so und dann das ist egal ob ich jetzt einen oder zwei an der Backe habe ach doch warte mal so müsste das doch gehen und jetzt nach unten so jetzt können wir den aus seine aus seine Position dann mal raus locken und gehen hier noch nach unten ok passt jetzt den nehmen wir mit aber was sollen wir sonst anderes mit dem da unten noch machen wir müssen ja auch an ihm hinzukommen den haben wir ei 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 doch müsste sich müsste sich ausgehen ja wunderbar Prinzessin ok wie gesagt ansonsten war hier nichts das ist schon echt krass gemacht hier ok genau dann gehen wir aber hier nochmal ich meine hier hinten war nur die Karte ich muss auch gleich mal ein Synchrosin nehmen oh hier können wir nochmal scannen nehmen wir mit und hier gehen wir mal kurz raus kann sein dass wir dann auch gleich wieder zurück gehen das ding ist nämlich hier hinten ist eine Toilette und ja die ist gerade besetzt von Janus vom vom Joanes und dann machen wir das einfach so gehen einfach mal kurz hier runter gehen einfach mal hier hin ähm gehen jetzt wieder hoch und wenn wir Glück haben hat das schon gereicht und die äh das Scheißhaus ist gleich frei jawoll wir hören zwar noch hier den Sound aber er sitzt nicht mehr da und wir haben hier die nächste Karte also wir gucken mal gerade wie viele Karten wir insgesamt schon haben jo 29 nehmen wir auch mal eine Brille ja so ich schau mal gerade wo ich meine Liste trüge aber wir haben eigentlich erstmal alles soweit so ein paar Sachen haben wir jetzt hier noch mitgenommen ähm dann hätten das jetzt vielleicht auch gar nicht soweit hier treiben müssen aber ich nehme halt lieber schon mal ein paar Sachen frühzeitig mit als dass wir da vielleicht irgendwie noch was vergessen so so wieder schmeißt den dann mit Flaschen nach uns oder das ok einmal hier raus oh und wieder ein Auto im genau und hier haben wir das nächste Auto nehmen wir mit können wir können wir auch nochmal scannen ups ok perfekt hier durch Fallprotokoll aktualisiert so einmal schauen hier gibt es noch ein Minigame Logar 2 Logar 2 nice da haben wir bald auch die Trophy dafür schon schon bekommen dass wir dann ähm die ganzen Minigames hier gemacht haben jetzt müssen wir mal gucken ähm hier werden wir ja irgendwie wieder ich würde den mal da rauslocken so den nach unten gehen jetzt haben wir kein Schwert mehr wir können nur nach oben also was anderes macht ja keinen Sinn so jetzt könnten wir theoretisch den hinter uns erschlagen oder den da unten probieren mal wir probieren einfach mal diesen Weg ähm so was haben wir jetzt gewonnen eigentlich nix wir haben kein Schwert mehr aber wir haben die Prinzessin glücklich gemacht weil die weiß dass wir die ganzen Münzen haben aber wir kommen nicht zur Prinzessin es gibt keinen Weg für uns weil hier hier ist noch eine genau also müssen wir irgendwie überlegen wie wir den weg bekommen mhm das war ja schon mal nicht schlecht dass wir den hier mitgenommen haben mhm jetzt ist es nur interessant wir nehmen den mit mhm ich überlege gerade macht das einen Unterschied mhm ne ob ich jetzt hier nach oben gehe oder nach unten ist egal mhm ich habe trotzdem noch die die Brüder am Hals ok bedeutet warte mal wir können noch wir können noch diesen Weg gehen ne wenn ich jetzt nach unten gehe frisst mich der der Dude wir müssen nochmal schauen was bringt uns das das hat uns auch nichts gebracht jetzt sind wir auch wieder drauf gegangen ok ok es gibt eine Lösung es gibt eine Lösung es gibt vielleicht eine andere Lösung ich mache jetzt einfach mal etwas anderes ist jetzt irgendwie ganz anders wie ich es wie ich es gerade eben am Anfang gemacht habe aber das muss ja nicht heißen dass das dass das nicht vielleicht funktionieren kann so so nee jetzt haben wir wieder kein Schwert wir haben wieder kein Schwert jetzt passt es oder? jetzt haben wir ein Schwert wir haben noch einen Penner hier oben ok wunderbar Menü es gibt ja noch einen der vorletzte schon ok ich weiß das war nicht ohne das war nicht ohne hier kann ich keinen einsammeln hier kann ich keinen einsammeln da muss ich jetzt diesen gehen so ok wenn ich mir jetzt von denen da drüben welche an dazu hole ich die jetzt hier rauslocke ja wir versuchen es einfach mal einfach mal probieren einfach mal probieren einfach mal probieren doch warte mal das müsste passen nee das passt nicht ach scheiße jetzt jetzt habe ich den da hinten dran jetzt habe ich aber kein Schwert mehr komm du musst zurückkommen rrrr chillische Musik hier im Hintergrund Okay, zwei Schwerter. Zwei Schwerter haben wir. Um nach rechts zu kommen, brauchen wir auf jeden Fall eins. Dann müssen wir, beziehungsweise haben wir sogar noch ein Schwert. Um nach rechts zu kommen, verlieren wir auf jeden Fall. Was ich machen könnte, wir könnten mal probieren. Vorher bin ich hier, glaube ich, da oben reingegangen. Jetzt hätten wir das. Dann machen wir mal diesen. Jetzt hätte ich gleich zwei Schwerter. Bringt mir das was? Gibt mir doch auch nix. Ach, Mann. Doch. Doch. So müsste es klappen. So müsste es klappen. Ich verliere jetzt ein Schwert. Ich verliere jetzt noch ein Schwert. Jetzt habe ich den Penner an der Bracke. Aber wenn wir jetzt hier unten einmal... Ist halt wichtig, dass wir so Wendedinger da haben. So, jetzt haben wir den nämlich zwar noch hinter uns, aber jetzt können wir die drei Münzen da ganz easy einsammeln. und haben auch das Vorletzte. Ja. Hamme. Hamme. Hamme, hamme. Okay. Äh, keine Ahnung. Ich glaube, hier war irgendwie mit großartig Lesen von irgendwelchen Nachrichten. Das war egal. Hier gibt es noch irgendwelche Tattoos. Ne, genau. Okay. Hier gibt es noch so... Kassettenaufnahmen. Die musst du nicht anhören. Ähm. Die sind für uns jetzt erstmal nicht interessant. Oder für irgendeine Trophy. Das ist nicht wichtig. Was wir halt machen können. Wir können das jetzt hier nochmal scannen. Damit wir auf jeden Fall auf die 100 kommen. Und hier haben wir auch noch was. Haare. Haare, haare, haare. Oh. Ja. Dein Timing ist echt schlecht, Dan. Einfach nochmal ein bisschen was scannen. Schadet nicht. Hier liegt auch noch was rum. Ähm. Hier hat die noch eine Uhr. Wir haben ein Match. Wir haben ein Match. Wir haben ein Name. Wir haben ein Mensch, von dem du sprachst. Wir wurden nicht zu leben wie Bruten. Wir leben wie Bruten. Wir leben virtuell und Wege. Wir sind alle, als Menschen, um uns zu verändern. Wir haben alle, als Menschen, um unser Verhältnis zu justieren. Weil manchmal scannt der irgendwie den Kram nicht richtig. Und er sagt, dass wir uns richtig sind. Die Vigteins Blut ist mit Ink. Mit Ink. So, ich meine, genau, sie hat da irgendwie unter ihren Fingernägeln noch irgendeine Gewebeabnutzung gehabt. Und hier, hier, haben wir das schon? Genau, Stretch Marks. Blood. 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 Okay. Dann scannen wir einmal ihren Neuro-Implantat untouched. Bingen's Bumms Kirchen. Ihr Neuro-Implantat. Und dann kommen wir nämlich jetzt gleich auch in ihren Hack. Und ja, ich hoffe, dass wir dann da gut durchkommen. Weil das ist jetzt eine Stelle, wo wir sterben könnten, theoretisch. Und ich denke aber, das wird alles easy klappen. Wenn nicht, werde ich auch einen Checkpoint nutzen. Ich hoffe nur nicht, dass er mir in irgendeiner Form die Sammelobjekte dann zerballert. Wenn nicht, das ist glaube ich, das ist glaube ich verboten, bei Toten diesen Neuro-Hack zu machen. Okay. Ja. Alles gut, alles gut. Drücke Dreieck. Drücke Kreis. Drücke X. Drücke Viereck. Drücke Kreis. Yeah. Aufnahmeprüfung bestanden. Also drauf gucken. Juhu! So. Genau, hier einmal durch. Sehr dunkel hier. Sehr dunkel. So, und bevor wir jetzt hier weitergehen, bevor es da in diesen Essensbereich geht oder Cafeteria-Bereich geht, einmal hier hinten rechts abbiegen und, ne, hier nicht. Aber hier, hier befindet sich eine weitere Karte, riesig das Teil, wie sie auf dem Tisch liegt und hier auch wieder ganz klein, nur so ein Symbol, aber jetzt hier in dem Moment, obwohl wir im Hex sind, nicht radioaktiv, sondern dieses normale Symbol, da darf man einfach nicht vergessen. Okay. Weil sobald wir jetzt hier in dem Bereich sind, können wir nicht mehr zurück und haben nicht mehr die Möglichkeit, an diese Karte zu kommen. It's called soup. It's called soup. It's not getting any better. Hä? So. Hey, you. Come here. Come here. Okay, wir machen nämlich jetzt gleich Kantschaft. Mit dem Monster. Piep, 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 piep. Hä? Hä? Warum muss ich hier nicht irgendwie das Licht anmachen? Ach, nee. Ich kriege hier einfach nur den, den, ähm, einfach mal, einmal präsentiert. So, und jetzt müssen wir aufpassen. Hier hinten in dem Bereich, auf einem Stuhl müsste das jetzt sein. Jawohl. Perfekt. Ja, ist halt auch mega schnell zu übersehen. Also, wer soll wissen, dass jetzt ausgerechnet hier an der Stelle, nachdem man vor allem diesen Jumpscair noch überwinden musste, da eine Karte liegen soll. Gehen wir hier weiter. Oh, wir werden gescannt. Von Chiron. So, in Ordnung. Jetzt müssen wir einmal, um hier an den PC zu kommen, beziehungsweise eine Karte zu bekommen, müssen wir hier einmal die Uhrzeit, ähm, ne? Drei Uhr zwanzig eingeben. I don't know. Ich weiß nicht, ob man da irgendwo einen Hinweis hat, dass es diese Uhrzeit jetzt hier unbedingt sein muss oder sein soll. Ich weiß nicht, steht das hier vielleicht? Ach doch, ich glaube, hier auf dem Monitor kriegt man es irgendwie so angezeigt. Okay, noch eine Karte. Wunderbar. Wunderbar. Okay, genau. Hey. Ja, ja, ja. Come home. I'm home. Einmal gucken. Hey Baby, I'm home. Jetzt geht jetzt die ganze Zeit erstmal so. Ich bin home. Ja, das heißt ja nicht, dass man, ähm, dass die Leute hier alle irgendwie verrückt waren, nur weil das sich jetzt in diesen Erinnerungen... Oh, sorry. In diesen Erinnerungen alles so anfühlt, ähm, oder so dargestellt wird. Sondern, das ist halt einfach, man hackt sich in ein anderes Bewusstsein und wahrscheinlich matcht das nicht so richtig miteinander. Also, ähm, kann's halt einfach passieren... Kann's halt einfach passieren, dass sich das, äh, so dann äußert. So, ich meine hier, genau. Wichtig, nachdem wir jetzt einmal Helena da so an diesem Tisch, ähm, sich stützen sehen haben, müssen wir einmal hier uns danach direkt ducken und nach links und einmal hier hinten hinkriechen, weil hier gibt es noch eine weitere Karte, äh, superschnell zu übersehen. Also, ähm, auch wie bei manch anderen Dingen. Woher will man wissen, dass sich ausgerechnet hier jetzt sowas befindet, ja? Also, von daher darf man einfach nicht vergessen, die noch mitzunehmen. Here is your number. Here is your number. Okay, danke. Take it. Jetzt gucken wir hier einmal. Ich guck nur hier auf die Liste parallel, dass wir auch bloß nichts irgendwie vergessen. Hey. Is, is mom gonna be alright? Mhm. Mhm. Sie vermischen sich zusätzlich auch noch die Erinnerungen von Helena und von Dan. Weil das ist jetzt keine Erinnerung von Helena. Weil das ist jetzt keine Erinnerung von Helena. Das ist jetzt keine Erinnerung von Helena. Das ist eine Chance, sagt er. Mhm. Naja, dann bin ich mal gespannt. Auf unsere Chance. Okay. Was haben wir hier? Einen Apfel? Ähm, ach ne, das ist noch nicht hier in dem Bereich. In den Bereich hier kommen wir später nochmal. Da liegt dann da hinten etwas. Ähm, das ist jetzt hier nicht der Fall. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, das ist jetzt ein bisschen. Es, ist es, ist es fertig? Herzlichen Dank. Du bist jetzt also der stolter Umge von CT-72 internal Datenverkauf. Ich habe dir einen Accelerant um zu machen, für die Tissue schneller zu werden. Und nur zu lassen, den nächsten paar Tage zu halten. Du, äh, bist du sicher, dass sie ihn nicht finden? Es hat einen built-in Schraubler und eine schilderte Framme, wo kein externes Scanning-Equipment es penetrieren kann. Es ist Ghostware. Es ist Ghostware. Unless du genau weißt, wo du siehst. Na dann. Wenn er das sagt, ne? Oh, du wirst nicht wissen. Lass mich alleine alleine. Nein, bitte. Sag mir. Sag mir wieder wie ich nicht mehr verwendet bin. Wie kann ich nicht ein Job, weil keiner will einen Schraub machen. Ich bin hier. Ach geil, jetzt laufen wir hier auf der anderen Decke, oder? Es ist nicht so, dass ich eine Wahl habe. Wir brauchen das Geld, Amir. Whatever es braucht... Whatever es braucht... Oh mein Gott! So, jetzt müssen wir den Downloaden hier. Okay. So. Und jetzt werden wir auf jeden Fall gleich... Bekanntschaft machen. Ich bin der Meinung eigentlich... Jo. Da haben wir einmal den Traumfresser. Das Gute ist, dass wir hier so ein bisschen durchblicken können. Er uns aber nicht so sieht. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade ist. Ja, geh irgendwohin weiter, aber... Nerv uns jetzt hier nicht. Okay. Okay, okay, okay. So weit sollten wir erstmal safe sein. Da ist er wieder. Oh. Halt. Sonst hast du keine Hobbys, ne? Komischer Typ, ey. Okay. Wir rennen. Wir rennen. Woo. Okay. Jetzt ist er hier. Okay. Hier kommen wir gar nicht rum. Er hat sich einfach mal teleportiert. Ja, ist halt wichtig, dass wir uns auf keinen Fall von ihm... Ohohoho. Da ist er ja schon. ...von ihm irgendwie erwischen lassen. Guck du mal da. Wir dürfen auf keinen Fall jetzt hier irgendwie kreisdrücken. Wow. Ich hab schon gedacht, er hat uns gesehen. Oh, fuck. Pff. Woop, boop, 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 boop. Ohoho. Es war von den Effekten im... im ursprünglichen Teil auch ein bisschen anders. Okay. Scheiß drauf. Wir rennen jetzt hier durch. Ohoho. Hat er uns gesehen? Nee, hat er nicht. Ohohohohohohohoho. Oh mein Gott. Komm. Lad. Und ich weiß, der Penner, der schaut auch unter die Tische. Oder unter diese Arbeitsbereiche. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Fuck you. Also, es ist ja jetzt nicht so... Es stellt jetzt keine wahnsinnig großen Bedrohung dar, aber... Es ist trotz allem schon... Scary und spooky gemacht. Oh no. Oh doch. Nein, wir kommen da nicht durch. Oh man. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe keinen Bock, dass der uns jetzt gleich hier erwischt. Hier. Download. Okay. Perfekt. Und jetzt gibt es noch... Eine Download-Stelle, die ist da drüben. Wo ist denn der? Da. Ich glaube, der kommt nicht bis hier hinten. Von daher verstecken wir uns hier einfach mal. Oh, jetzt hat er die Heimreise angetreten. Oder... Den Rückweg. Ja, komm, das passt. Das passt, das passt, das passt. Und... Abgeschlossen. Fuck, hier waren wir schon. Oh no. Oh no. Da hinten rechts. Ist der Nächste. Nein. Der hat uns nicht gesehen. Alter, warum stand der auf einmal so... So krass nah vor uns? Der war doch... Der war doch ganz anders. Alter Schwede. Ey, heavy, heavy, echt? Ui, 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 ui. Ey, geh woanders spielen. Alter, läuft der? Ich habe das Gefühl... Der läuft auf einmal durch die... Durch die Sitzplätze durch... Alter, wo ist der? Ich sehe nichts. Der ist hier irgendwo. Da ist er. Ja, also... Nicht wahnsinnig schwierig, aber trotzdem irgendwie... Ein bisschen beklemmend... Das Ganze. Komm. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Uh. Okay. So, perfekt. Hier jetzt aufpassen. Und zwar nicht hier einfach diesen... diesen Kabeln folgen, sondern erstmal hier hochgehen an die Tür. Äh, dort einmal klopfen. Ja. Oder an der Tür hier rütteln. Eins von beiden. Und dann kommt auf jeden Fall hier diese... nächste Karte auch. Und dann können wir weiterkriechen. Das war jetzt schon... Äh, war schon ein bisschen spooky. Kriechen immer noch. Ah, okay. Jetzt kommt da auch nochmal... Jetzt kommt nochmal ziemlich... Äh... Geballe hier mit den Effekten gleich. Wir müssen hier irgendwie was probieren. Oder das Wasser erstmal abstellen. Damit wir das Event hier triggern. Wir können hier nochmal an der Tür rütteln. Ah, siehst du jetzt passiert was? Einfach mal irgendwas probieren. Es endet sich jetzt hier gleich die Umgebung. Uah. Ja, ist ja gut. Okay. Oh. Einmal das Licht berühren. Und da weiß ich jetzt nicht... Soll das bedeuten, dass, ähm... Helena hier schwanger war? Oder sich vielleicht einfach auch irgendwie... einem Kind gewünscht hätte? I don't know. So, auf jeden Fall... Müssen wir jetzt hier einmal... Komplett... Mit dem... Mit dem Kind so weitergehen. Und zwar... Auch einmal jetzt hier an der Tür links vorbei. Hier machen wir nichts. Denn wir gehen jetzt erstmal komplett weiter geradeaus. Hier sollten wir nämlich gleich... Hm? Immer? Ich will hier nichts... Ich will jetzt hier nichts, ähm... Ich meine, so ist es. Ja, genau. Wir müssen hier hinter. Und hier sollten wir jetzt gleich eine Trophäe dafür bekommen, dass wir nämlich jetzt alle Autos haben. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Jawohl. In Arbeit. Perfekt. Ist jetzt auch hier keine Erinnerung von Helena, sondern das ist jetzt hier eine Erinnerung von Dan und sein... Also, in Bezug auf seinen Sohn, auf Adam. Oh, wie war das jetzt hier? Können wir irgendwie nicht aufmachen? Weil... Genau, hier irgendwie... Jetzt können wir hier durch. Jawohl. Ah, das müssen wir gedrückt halten. Bis sich dieser Balken einmal komplett aufgeführt hat. Dann... Jawohl. Am... 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 Sie war ja irgendwie ein Spion, die Helena, bei... ...Kyron. Das soll das ja alles hier auch nochmal so ein bisschen verdeutlichen. Okay. Jetzt können wir hier weiter. Das ist jetzt übrigens das Apartment, wo wir damals hier diesen kopflosen Typen gefunden haben. Den kennen wir eigentlich auch relativ schnell wieder. Und Helena wurde quasi von... Von dem Typen hier aus dem Apartment benutzt, für... Um an Daten von Kyron zu kommen. Das ist ja dieses... Diese Giga-Unternehmen. So, okay. Nächster Part. Der Hack jetzt von Helena ist auch bald fertig. Wir sind da jetzt auch gleich durch. Na komm. Jetzt kriegen wir hier gezeigt, dass wir uns nicht bewegen dürfen. Es hat quasi diese komische Schlangenarm von, was weiß ich, Dr. Octavius. Wir haben uns das jetzt quasi gerade demonstriert. Ich versuche jetzt mal hier einfach ein bisschen schneller durchzukommen. Da vorne nicht ins Licht gehen. Wir müssen noch alles passen. Und... Jo, da vorne haben wir jetzt auch gleich unser Ziel. Komm, komm, komm. Das muss passen. Jo, passt noch. Passt immer noch. Könnten jetzt auch hier, glaube ich, die ganze Zeit kriechen. Wichtig ist, dass wir jetzt hier ankommen. Perfekt. Und einmal auf den PC drücken. Wenn wir jetzt entdeckt worden wären, wären wir aber nicht gestorben. Also das wäre jetzt nicht... Hätte jetzt nichts damit zu tun gehabt. Können wir wegdrücken. Und jetzt... Muss ich einmal schauen. Jetzt müssen wir hier einmal gucken. Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Auf einem der Tische irgendwie. Da müsste jetzt gleich eine Karte noch liegen. Ah, das ist echt. So, ich meine hier... Rechts. Hier rechts. Hier. Da. Perfekt. Da haben wir eine weitere Karte. Wie gesagt, ist nicht ganz unwichtig. Wir müssen auf jeden Fall da einmal drauf aufpassen, dass wir das haben. So, dann haben wir jetzt alles im Hack von Helena einmal mitgenommen. Und hier nicht großartig verlaufen. Wir müssen jetzt einmal raus. Okay, jetzt müssen wir nochmal rennen. Das war jetzt der Moment, wo sie gesehen hat, dass Amir von dem Monster hier attackiert wurde. Wir müssen jetzt einmal raus. Wir müssen aufpassen, dass wir hierbei... Ey, keinen Epilepi kriegen. Echt, ohne Scheiß. Boah, ey, da brauchst du echt einen ruhigen Magen. Boah, das Gamehack. Ich merke es denn. Wie du die Control hast. Hier, das ist geil gemacht mit dieser riesen Taube da im Hintergrund. Ey, das ist doch der Hammer, oder? Haha, ich finde das so geil. Das ist Adam. Okay. Okay. 3615. Okay. Jo, haben wir den Hack von Helena einmal hinter uns. Wunderbar. Und jetzt gleich kommt was sehr, sehr Wichtiges, ähm, was du nicht vergessen darfst. Nachdem wir nämlich jetzt hier einmal... Genau. 3615 eingegeben haben. Gehen wir jetzt hier drüben durch diese Tür. Und hier... Und hier... Hier ist es jetzt wichtig. Erstmal liegt hier noch eine Karte. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Und dann gibt es hier den Schlüssel. Und der ist für das Apartment 208. Den darfst du nicht vergessen. Nimm den mit. Ja. Genau. Hier haben wir das nochmal angezeigt bekommen. Also wirklich ganz wichtig. So, jetzt gehen wir einmal hier unter das... Unter den Bereich vom... Vom... Tattooladen. Hier ist ein geheime OP-Saal natürlich. Ganz logisch. Und hier links, sobald du reingekommen bist, gibt es hier auch nochmal... Eine Karte und nochmal ein bisschen Synchrosien. So. Jetzt müssen wir hier den Strom erst irgendwie herstellen, glaube ich. Irgendwie so war das. Synchrosien. Oh. So. Und da war uns scheinbar jemand die ganze Zeit auf den Persen. Und hier auch nochmal Synchrosien. Und hier ist jetzt wichtig, du erinnerst dich da dran, wir haben ganz am Anfang diese Trophäe, diesen Pokaleimer mitgenommen. Den können wir jetzt hier draufstecken. Und dann bekommen wir nämlich einmal die Trophäe Codebreaker. Hier gibt es jetzt verschiedene Protokolle. Das sind alles Sachen von Adam. Aber ansonsten muss man, glaube ich, hier sich jetzt so die Audio-Protokolle nicht komplett anhören. Ich glaube, das ist egal. Also das tut jetzt nichts zur Sache für irgendeine Trophäe von uns. Genau. Ja, und wir können jetzt einmal hier den OP-Tisch beiseite fahren. Beziehungsweise müssen wir auch. Und jetzt lassen wir den Kran hier einmal komplett runter. Nachdem wir den ein bisschen nach links gefahren haben. Was ist das so? Ja, passt. Wir fahren den komplett nach unten. Aber ich glaube, du musst den komplett nach unten fahren. Ich habe das schon mal probiert, ob da auch... ...n Mühe weniger geht, aber dann lässt sich der Kram hier nicht einhaken. Jetzt. Ich kann es nicht öffnen mit meinen Beerenhänden. Bittet die Musik hier echt. Jawohl. Und wir kommen in den Keller. Also gleich. Jo, hier können wir die Nachtsicht anmachen. Danke, Dan. Oder wie heißt das System nochmal von denen? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Oh. Ich sehe gar nichts. Okay, hier. Das ist jetzt hier wirklich der reinste... ...der reinste Irrgarten jetzt gleich. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt nicht so ganz unwichtig, dass wir hier auch alles natürlich mitnehmen. Also, es gibt... ...hier den Raum Nummer 006. Zu dem gehen wir jetzt einmal. Ja, dann... ...nimm mal eine... ...nimm mal eine Pille. Dan. Und wir haben 37 Karten gesammelt. Kommt mir irgendwie viel mehr vor. Aber okay. Ähm. Und zwar am Raum Nummer 006. Der müsste, glaube ich, hier links sein. Hier gibt es einen Eingang. Genau, 006. Und hier gibt es einen Fernseher, bei dem hier unten am Schränkchen... ...die nächste Karte ist. Also, das wäre jetzt dann in unserem Fall die 38. Ja, wir scannen natürlich hier nochmal ein bisschen was. Da haben wir ja auch noch die Trophy, dass wir 100 Sachen scannen müssen. Das dürfen wir natürlich nicht so ganz vergessen bei der Geschichte. So. Hier gibt es nichts zu scannen. Wir gucken gerade einmal hier. Ne, hier ist auch nichts mehr. Arbeiten hier mit der Nachtsicht. Ich will nur gerade auf Nummer sicher gehen. Ähm. Ne, hier ist auch nichts mehr. Okay. Ups. Ja, also, du musst echt aufpassen hier. Hier kannst du dich wirklich richtig gut verlaufen. So. Dann müsst ihr jetzt bei Raum Nummer 1516. Wir hören jetzt hier Schritte. Das ist aber alles nicht weiter wild. Das ist alles hier nur Einbildung. Oder Teil einer Einbildung. Scheinbar, ähm, sind diese Neuro-Hacks nicht so ganz gut für das Bewusstsein von Dan. 1516, Raum 1516. Ah, wir können ja hier nochmal ein bisschen was scannen. Machen wir auch. Aber wie gesagt, die 100 wollen wir ja noch, wollen wir ja voll bekommen. Hier können wir nichts scannen. Ähm, dann einmal hier weiter. Raum 1516. 1516. Hier ist ein Kühlschrank und da oben drin, da, hier, da liegt die weitere Karte. Mh, okay. Jetzt müssen wir einmal hier in den Raum Nummer 18 rein. Und da müsste der Zugangscode I2689 sein. Jawohl. Frag mich nicht, äh, woher ich das weiß. Ich hab's mir hier so aufgeschrieben. Ich werd jetzt hier an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen was, ähm, zensieren, weil ich ansonsten das Problem hab, dass YouTube hier wahrscheinlich einen, einen Strike verpasst. Ähm. Ja, ich versuch einfach mal so gut es geht jetzt hier durchzugehen, um nur viel jetzt hier rumzugucken. Ähm, was müssen wir machen? Und zwar müssen wir einmal hier hinter. Hier ist noch eine Karte. Und hier, okay, hier ist die Festplatte. Hier ist die Festplatte. Perfekt. Hier haben wir gebraucht. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt hier nicht so viel im Raum umzusehen. Weil ich nicht möchte, dass uns, oder dass YouTube jetzt mir irgendwie hier noch einen, also ich muss diesen Dings erst wegfahren, äh, YouTube mir hier irgendwie noch einen Streik verpasst. So, und jetzt haben wir hier einen PC. Und hier wird's jetzt auch nicht ganz unwichtig sein. Hier müssen wir eine Menge, oh, eine Menge Kram eingeben. Wollen wir das beschleunigen? Nee. Okay, also wir müssen jetzt hier einmal 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort. Und dann müssen wir als nächstes System, Fortschlüssel und 1, 9, 4, 4. Hat gepasst. Und hier jetzt 0, 1, 2, 3. Okay. Passt. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Jetzt sind wir, jetzt haben wir das V-Laufwerk bekommen. Tür öffnen. Wurde geöffnet. Jo, genau. Und jetzt können wir hier, ich glaube, was wir jetzt hier antworten, ist auch Schnuppe. Ich glaube, wir müssen hier öffnen. Hilfe uns! Oh no! Ja, das Spielzeug der Zukunft. Not finished. Hilfe uns, Hilfe uns. Okay, jo, aber dann können wir jetzt hier raus. Das war's. Und wir bekommen die Trophäe Verirrtes Signal. Das ist eines der neuen Nebenquests gewesen hier in dem System Redox-Teil. Genau, und als nächstes müssen wir zu Raum Nummer 20. Ich hoffe, wir vergessen hier nichts. Hier einmal die Nachtsicht anmachen. Bevor wir da hingehen, einmal hier unten nach rechts. Hier hinten, wo das Licht scheint, hier gibt es nämlich auch noch eine Karte. Und einmal wieder nach oben. Gerade haben wir gesagt, Raum Nummer 20. Wo wir aber zu Raum Nummer 20 kommen, gehen wir hier hin. Und da hatten wir ja das Passwort auf dem Foto, war das 7441, ne? Ja, genau. So, einmal hier die Tür aufmachen. Hier nochmal, ganz nett, Easter Eggs, zwei Stück Layers of Fear und Medium. Ähm, und... Warte, einmal schauen. Hier gibt es noch eine Karte. Haben wir. Und hier gibt es... Die lebende Organform. Und wir müssen... Ne, ne, wir müssen es einfach nur erlösen. Zieh den Stecker, denn. Und dafür kriegen wir die Trophäe Erntegott. Perfekt, da haben wir das auch. Mh, und mehr gibt es für uns hier nicht zu tun. Also das sind jetzt hier keine PCs, wo es irgendwie ein Minigame oder sowas noch geben würde. Äh, also das haben wir auch gemacht. Aber jetzt hatten wir gesagt, Raum Nummer 20 wollten wir eigentlich, ne? Ich muss jetzt selber mal gucken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir scannen hier nochmal so ein paar Sachen. Jo, besessen. Haben wir die nächste Trophy? Also wir haben jetzt 100 Sachen gescannt. Wunderbar. Hat das auch gepasst. Und ich glaube, er hier wollte was von uns. Müssen wir jetzt nicht machen. Ich drücke das jetzt auch einfach schnell durch. Ist aber ganz interessant als Story. Nochmal. Mh, das waren jetzt hier die 30. 31. Müssen wir mal gucken, wo der Raum Nummer 20 nochmal war. Ich weiß jetzt... Ne, hier werden wir ja immer höher mit den Zahlen. Also das passt nicht. Gehen wir nochmal zurück. Ich sag ja, das ist hier unten echt ein Irrgarten. Ähm, okay. 17, 18. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob man hier später nochmal zurückkommen kann. Ähm, deshalb... Ach, hier. Hier war das. Die 20. Genau. Raum Nummer 20. Und hier haben wir nämlich die dritte Aufnahme. Wie gesagt, ob es zum Ende anhört. Es wäre gefährlich für dich, um ihn zu sehen zu können. Du bist einig. Ich kann sicherlich verstehen, dass du das denkst. Aber ich versuche dir, dass ich nur dein bestes Interesse in mir habe. Ich hoffe, dass dein Marshmallow-Sick breit, wenn du sterben. Mhm. You die. So. Und hier... In dem Raum Nummer 21 gibt es jetzt nochmal einen... Ich sag immer, das ist hier das Gamer-Zimmer. So ein bisschen. Äh, hier gibt es noch einen PC. Und dort gibt es auch noch ein Minigame. Und wir haben ja eigentlich nur noch eins offen. Das heißt eigentlich, wir haben nur noch eins offen. Und da müssen wir einmal schauen... ...dass wir hier auf jeden Fall... ...noch durchkommen. Ich glaube, der Part hier ist wichtig, dass man hier rechts reingeht. Also nach oben... Snacken wir uns erstmal hier die Münzen. Wie gesagt... Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier auf Anhieb bei mir passen wird. Aber, ähm... Ja, das ist ja nicht schlimm, wenn es nicht sofort klappt. Wenn das bei dir auch nicht sofort klappen sollte... ...mach dir da keine Gedanken. Nimm dir einfach die Zeit, die es braucht. Und... ...es wird schon irgendwann... ...funktionieren. Da wirst du hier ganz easy... ...durchkommen. So. Wie gesagt, immer überlegen... ...was macht Sinn. Ich sage, oben die beiden macht für mich jetzt nicht Sinn, weil ich verliere da glaube ich genauso viel, wie das ich... ...jetzt gewinnen würde. Aber wenn ich mir das so anschaue... ...dan haben wir zwar jetzt hier... ...noch einen an der Wacke, aber wir haben auch noch ein Schwert. Wir haben alle Münzen und wir sind direkt bei der Prinzessin und bekommen die Trophäe Nobles Schwert. Also, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Gold-Trophäe. Und... ...ja, das hat sich doch auf jeden Fall rentiert. Also, dass wir jetzt hier nochmal überall durch sind. Ansonsten... ...gibt es jetzt hier drin... ...glaub ich nicht wirklich was. So, ein Ventilator, den wir einschalten können. Wow. Oh, ein riesen Flatscreen. Hat mir gebraucht. Ähm, nee. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Weiter. Hier hinten ist noch eine Tür. Wenn du da noch irgendwie was hast, wo du was scannen musst oder jemanden befragen musst... ...dann geh da einfach nochmal hin. Hm, genau. Dann sind wir hier durch. Da haben wir alles. Warte mal einen Zwischenstand. Checken. Wir haben 42... ...42 Karten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nichts vergessen haben. Hm, als nächstes müssen wir... Genau, da waren wir. Gucken wir mal. Raum Nummer 37. Der Raum Nummer 37. Hier hinten, da ist er. Das war ja noch ziemlich wichtig. Das hatten wir ja als Info bekommen. Und das ist auch eine der neuen... ...der neuen Nebenquests. Jetzt muss ich überlegen. Wir gucken mal in unseren Notizen. Haben wir hier irgendwo... ...den Code. 8394. Da unten haben wir ihn stehen. 8394. Perfekt. Hat gebarscht. So, und wenn du dich erinnerst, das war ja irgendwie mit diesen... ...mit diesem einen komischen Zimmer, wo wir dann auch diese... ...die Samenrückstände da auf einmal gefunden haben. Genau, wo es auch die ganze Zeit so irgendwie gestöhnt hat. Echt, echt seltsam. Und hier... ...hier geht's weiter. Bei der Geschichte. Fuck. Hier hast du auch nochmal was zum Scannen. Loot. Und das ist wohl eine... ...der hier irgendwie objektophil ist oder was. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt. Aber... ...der hat sich wohl irgendwie in das Haus verliebt. ...und wollte wohl irgendwie immer tiefer in das Haus. Sein Problem war nur, dass er wohl direkt hier reingekommen ist, als die... ...als die Abschottung stattgefunden hat und die Tür wollte sich schließen. Das kam halt als Ergebnis dabei raus. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir dürfen jetzt hier auf keinen Fall irgendwas vergessen. Okay. Wie gesagt, hier haben wir einmal die Küche gehabt. Das ist ja sein... ...sein Raum hier. Achso, hier müssen wir die... ...die Geschichten scannen. Der war... ...der war total ins Haus verknallt. Ei, 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 ei. Jo, und das wird jetzt hier auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Musterlösung. Wir werden jetzt einfach durchgucken, wie wir uns hier einigermaßen durchschlagen. Ich muss jetzt nur mal gucken. Also, wir waren im Raum 37. Okay, wir müssen mal gucken, wenn wir rauskommen. Dann müsste da auf jeden Fall nämlich noch eine Karte sein. Okay. Ja, wie gesagt, also hier ist jetzt gleich auf jeden Fall spannend, das Ganze, wie wir hier einmal rauskommen. Muss man mal gucken. Kannst du mich hören? Yes, I can hear you. Komm hier. Okay. Wenn das Haus mal so ausgesehen hätte, ne? Oh, hier. Da steht es doch richtig drauf, wenn ich hier die Knöpfe drücke, scheinbar. Hier war nix. Hier ist auch nix. Ah, hier geht es weiter. Hier ist nix. Ähm, genau, scheinbar müssen wir hoch. Hier bist du ein Poet. Hier gibt es so Radios. Hier müssen wir dann... Einmal hier den... Den Schalter drehen. Dadurch verändert sich dann scheinbar irgendwie die Umgebung. Ne, hier war nix. Okay, wir gucken weiter. Hier. Hier ist ein weiteres Radio. Ah, okay. Nicht hier bohren. Man kann woanders bohren. Okay. Gehen wir mal weiter. Ist jetzt hier nicht irgendwie ein Radio aufgetaucht? Also, ich meine, hier steht nämlich dann immer eins. Irgendwann. Ähm... Ja, das ist echt ein ziemliches Durcheinander hier. Ich hab da auch keinen... Keinen Masterplan. Okay, aber hier sind wir scheinbar richtig. Jo, da ist auch noch ein Radio. Nicht? Okay. Ah, hörst du wieder Knöpfe? Oh, da ist ein Radio. Na, hallo. Okay. Das geht scheinbar nicht. Also, wenn ich's drücken will, tun's dann auf jeden Fall nix. So, hier unten gibt's jetzt auch noch eine Nanophagen-Karte. Also, wir sind jetzt hier quasi einmal in diesem Traum von dem guten Theodor. Und hier zwischen 004 und 005, da befindet sich hier auch noch eine Karte. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ähm... Ich bin jetzt all zum überlegen, wo müssen wir hier lang, wo war das? Ich kann das... Ich kann das Radio nicht bedienen. Zumindest ging's gerade eben nicht. Ich kann hier nix machen, ich kann hier nix machen. Ah, jetzt geht es irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch gerade eben irgendwie was Falsches gedrückt oder so. Ich weiß nicht. Okay, wir gehen wieder hoch. Meine jetzt... Müsste hier auch nochmal irgendwie wo was sein. Maximales Verwirrspiel hier. Oder stand jetzt hier das Radio wieder an der Stelle hier hinten? Ah ja. Ein richtig schönes Labyrinth. So, wann mussten wir jetzt in den Keller? Nee. Äh. Das sind so Sachen. Also ich meine, ist ja alles schön und gut. Aber das ist jetzt echt nur so... Damit es maximal verwirrend wird hier. Ja, hier waren wir doch. Gehen wir nochmal hoch. Hier ist auch nix. Ah, wo stöhnt die denn drum wieder rum? Nee. Die ist doch irgendwo weiter unten. Wir scheinen richtig zu sein. Jo, dann gehen wir wieder in die... 207. Jo, wir sind back. Ja, ja, warte mal. Komm closer. Ich muss erstmal hier gucken. Hier liegt, glaube ich, nix mehr, ne? Jetzt sehen wir hier... Hä? Jawoll. Jetzt kommen wir einmal hier runter. Ja. So, hier ist noch ne Karte. Ganz wichtig. Die auch nicht vergessen. Wo wir nämlich jetzt... Das war aber laut. Aber auf jeden Fall wichtig, dass wir an der Stelle mal die zwei Karten jetzt noch mitgenommen haben. Also, das war sehr wichtig. Ich muss mal ne Pille nehmen, dann ist alles wieder gut. Und was haben wir jetzt momentan auf dem Kartenkonto? 44. Jo, 44 Stück. Passt soweit. Und hier, genau, das habe ich nämlich vorhin, da habe ich mich ein bisschen irritiert. Also, wir sind jetzt einmal hier von dem Theodor, der hier scheinbar irgendwie das Haus sehr geliebt hat, nach seinem Hack zurückgegangen und hier an der Wand gibt es nämlich noch eine weitere Karte. Und jetzt können wir auch wieder hochklettern. Hä? Na jetzt. Und dann sollte hier jetzt nichts mehr auf uns warten. Kriegen die Trophäe, ihre furchterregende Symmetrie. Oh, das ist eine feuchterregende. Furchterregende Symmetrie. Und, jo, dann haben wir hier auch soweit alles. Jetzt können wir einmal hier raus. Nicht hier lang, sondern hier. Und dann habe ich immer gedacht, man kommt später nicht mehr hier unten in den Bereich. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Ich glaube, man kann hier nochmal hin. Gehe lieber auf Nummer sicher, bevor du jetzt hier an dieser Tür den Hack machst. Du kannst jetzt auch zur Not, wenn du jetzt hier schon bist, wieder raus. Kannst du mal gucken, ob du alles hast. Ach Mensch, nicht hier das Menü aufrufen, sondern... Dann als nächstes halt hier einmal hacken. Hier kriegen wir einmal die Zahlen vorgegeben. Ich glaube, 404 war der Code. Ich glaube, wir müssen jetzt noch die 4 eingeben. Jawohl. Also 4004. Wie gesagt, zur Not sammle erstmal alles ein, weil du merkst jetzt gleich... Jetzt hat das Ganze nochmal geglitscht. Und jetzt kommt man augenscheinlich nicht mehr zurück. Aber ich glaube, es geht doch nochmal. Weil wir befinden uns jetzt insgesamt hier irgendwie noch in einem, ja wie soll ich sagen, in irgendwie so einem Hack. Beziehungsweise es ist nämlich wirklich die Realität. Okay. So. Jetzt müssen wir einmal hier den Gang lang. Denn irgendwann kommt hier links eine Tür, da ist ein Intercom. Also Intercom nenne ich die Dinge da. Ähm, genau. Und hier jetzt umdrehen, zurück. Wieder durch die Tür. Ne. Fuck. Dann müssen wir erst mit der Frau reden. Einfach. Tickern wir jetzt einfach durch. Das hat überhaupt keinen Sinn, auf was da glaube ich großartig erzählt wird. So. Und dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Und jetzt ist hier eine Toilette. Jetzt ist nicht mehr der Gang hier. Und jetzt haben wir hier nämlich noch eine weitere Karte. Also auch sehr wichtig an der Stelle, dass wir da alles richtig machen. Und wir sind wieder im, ja, Hauptgebäude angekommen. Okay. Also wir machen uns einmal auf den Weg Richtung Apartment 208. Wie er steht hier. Weißt man nicht warum er hier steht, aber er tut auch eigentlich nichts zur Sache. Ich glaube so spürt er wahrscheinlich einfach mal wieder was. Der ist so kaputt im Kopf, dass er wahrscheinlich irgendwie nur noch so bei Regen oder Gewitter, was weiß ich. Vielleicht kann er nur bei Gewitter. Und jetzt siehst du auch schon, hier steht Door Unlucked. Weil wir haben den Schlüssel. Und wie gesagt, du hättest zwar, das habe ich vorhin ja schon mal erzählt, wahrscheinlich hier reingekommen, wenn du dich einfach an diesen Spalt stellst. So bin ich schon hier reingekommen. Allerdings kam ich dann nicht mehr raus und musste ein Savegame laden. Und danach war bei mir leider das Ganze so verbuggt, dass ich nicht mehr die einzelnen Karten einsammeln konnte. Weshalb? Hier hinten, hier gibt es jetzt eine weitere Nanophagenkarte. Und hier gibt es zum Beispiel noch einen PC. Genau, den können wir später noch aktivieren. Wir müssen jetzt erstmal hier rein. Und jetzt sehen wir hier The Hanging Man. Okay. Ganz kurz. Ich will nur gerade etwas checken. Nicht, dass wir hier irgendwie was vergessen. Nee, wir vergessen nichts. Alles klar. Weil wie gesagt, normalerweise war dieser Raum früher der Raum Nummer 17. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Das ist jetzt die 208. Dadurch hat sich halt hier jetzt auch mit dieser neuen Sidequest hier ein bisschen was geändert. Und ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, dass wir hier auf keinen Fall irgendwie was vergessen haben. So, wie war das jetzt? Wir sehen hier oben, der hat einen Chip im Kopf. Wir müssen den Typen aber erst irgendwie hier runterholen. Hier gibt es einen Schalter. Und ich meine... Ach, jetzt die eine Tür zuhören. Und ich meine, wir müssen hier erstmal irgendwie diese Geschichte umlegen. Also hier gibt es jetzt entweder für den PC oder für den Kran. Wir machen das für den Kran mit an. Und müssten jetzt einmal hier mit dem Knopf das Ganze bedienen können. Jawohl. Jetzt kommt er hier einmal runter. Dann... Jetzt sehen wir hier... Jetzt müssen wir hier einmal das... Huch. Warum kann ich das nicht... Äh, warum kann ich das nicht bewegen? Ah, jetzt. Und zwar Anna müssen wir hier eingeben. Das ist der Name von seiner Tochter. Und dann einmal hier scannen. Bingo. Und einmal verbinden. Und damit sind wir jetzt... Ähm... Ähm... In dem Gedanken von Stanley angekommen. Ich meine Stanley heißt er. Und hier gibt es auch wieder eine Karte, die wir mitnehmen können oder mitnehmen müssen. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Das ist quasi die... Die Nano-Pest. Das ist einfach nur die ganze Zeit... ...uns erschrecken will. Ja, komm. Wir können jetzt hier leider nichts... Nichts irgendwie scannen. Wir haben auch keine Nachtsicht, weil wir ja... Nicht Dan sind in dem Sinn. Wir sind ja dieser Stanley. Wir sind ja nur als Dan in seinen Gedanken. Okay. Und jetzt müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Jetzt müsste irgendwo links auf der Seite... ...müsste es gleich... ...ne Karte geben. Wie gesagt, die dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Okay. Ich will gerade nur noch mal checken... ...wann hier zurück kann. Ich glaube, man kann hier nicht zurück. Hey, an die Tür... Oh doch, man kommt hier... Man kommt durch die Tür durch. Nee, aber wir haben hier nichts vergessen. Also... Weil... Ich habe mir aufgeschrieben, im langen Korridor vom Krankenhaus... Aber, der lange Korridor im Krankenhaus... Was ist jetzt lang, ne? Ist das hier länger als sonst, oder? Ah! Ach, hier. Da ist die Karte. Vielleicht hätte ich mir notieren sollen, nachdem wir den... ...den Typen da reingepfeffert haben. Okay, ansonsten gibt es jetzt hier... ...für uns erstmal nichts. So an sich von den Effekten schon geil gemacht. Aber mit diesen ganzen... ...Geknalle und so weiter und so fort... Irgendwann ist es auch schon echt übertrieben, ey. Ja, ansonsten gefällt es mir sehr gut. Also die ganzen Effekte und so, das sieht doch schon... ...mega nice aus. Na komm. Das ist der Knopf. Wir müssen einfach den nächsten Knopf drücken, aber... ...nein kann ich nichts rausziehen, okay. Dann den Knopf drücken, okay. Und dann geht's. Ich hab das nicht gesehen, ich wollte schon sagen... ...mein Gott, warum zeigt das Spiel das nicht an? Hat mich am Spiegel liegen. Goodbye, my love. Goodbye, my love, goodbye. Von hinten, wie von vorne. Ah, N, N, A. I know this is hard, but it's the truth. You are sick. And I can't help you. I tried, but I can't. I just... I just can't do this anymore. I'm leaving. Anna, wait. I'm not sick. Oh, hier gibt's, glaube ich, nix für uns zu sammeln. Wir sind einfach nur durch. Oh, wir dürfen uns nicht berühren lassen. Oh, fuck. Der letzte Dude links. Da waren wir zu knapp dran. Oh, Anna. There you are. Thank God. You are sick, Father. Mom is gone. And it's all your fault. Maybe someday I can forgive you. Maybe not. I'm leaving. Don't leave me. Goodbye, Dad. I'm not sick. Don't leave me. I'm not sick. I am not sick. Also, das denken wir, dass wir nicht krank sind. Aber, ich glaube, wir schimmeln schon ziemlich. Ähm, 208. Ja, wo? Hier. Warte, da. Hier lang? Hier lang? Get back home, you idiot. Get back home, you idiot. Oh, man. So. Hier müssen wir jetzt einfach nur diesen Becher uns anschauen. Mom is dead. And it's all because of you. You are very, very sick, Dad. Bye. Please. Don't leave me. I am not sick. I am not sick. Don't leave me. Dafür, dass Dan das eigentlich, glaube ich, nicht darf, sich da bei den Toten reinhacken, macht das ziemlich häufig. Ich glaube, ich bin der. They can be informed of the incident and initialize green proceed. Ambo, Katapult, dir möchte. Dämmel dich denn da hinten hier? Dann gucken wir mal ein Pilchen. Okay. Dann einmal hier lang. Wie gesagt, hier hinten die Karte, die haben wir ja mitgenommen. Wenn du jetzt möchtest, kannst du zum Beispiel hingehen. Ich mache mir hier einmal das Licht an. Dadurch geht es hier aus. Aber hier geht es wieder an. Dann kannst du jetzt hier an dem PC nämlich auch noch mal schauen, ob du hier ein Minigame noch hast. Also wir haben ja jetzt alle schon bekommen. Von daher, für uns gibt es jetzt hier nichts mehr zu holen. Aber wir müssen jetzt hier einmal dran. Und müssen nämlich hier diese Sidequests noch zu Ende bringen. Und dafür muss ich jetzt einmal schauen. Ich glaube, hier gibt es irgendwie eine Mail. Genau. Da müssen wir nämlich hier ein Passwort eingeben. Und das ist in dem Fall 1 6 0 4 6 4 Das ist wohl das Geburtsdatum von Anna. So. Und jetzt können wir hier einmal antworten. Was du da jetzt antwortest, ist auch in dem Moment eigentlich völlig egal. Ähm Röste die Tochter sagt die bittere Wahrheit ist völlig egal. Ähm Wenn du das aber abgeschlossen hast, erhältst du die Trophäe. Es liegt in der Familie. So. Und an der Stelle können wir doch einfach mal gerade hier drüber schauen. Wo wir aktuell vom Stand her überhaupt sind. Wir haben 39 Trophäen. Und wir haben einen Haufen wichtige Trophäen auf jeden Fall schon mitgenommen. Äh Leichenräuber. Ähm Oh, da haben wir noch was vergessen. Ei, 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 ei. Wir müssen noch mal Wir müssen noch mal zurück zu Pieta. Oh, sorry, sorry, sorry. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Wir müssen noch mal runter in den ersten Stock. Und müssen noch mal zu Zimmer 113. Oh, vor lauter, lauter. Hätte ich das echt so gut äh, hätte ich das echt fast vergessen. Oh, oh, oh. Da müssen wir jetzt noch mal schnell hier was korrigieren. Ähm. Weil das wäre zwar alles schön gewesen von den Sammelobjekten her. Aber wir hätten ähm, eine wichtige andere Trophäe vergessen. Jetzt muss ich natürlich erst mal schauen, wie kommen wir da wieder hin, ne? 114 war das, meine ich. Ja, ich meine schon. Oh, 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 oh. Es ist nämlich so, Pieta und die kleine, ähm... Na, wie hieß sie noch mal? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Auf jeden Fall, die Geister von denen sollen ja verschmelzen. Und wir müssen mehr oder weniger darüber bestimmen, was wir jetzt machen. Ob wir hier das System neu starten und sie dadurch trennen oder wieder herstellen von der Verbindung und sie dadurch... Also im Endeffekt ist scheißegal, was wir hier machen. Ähm, wir müssen nur dafür sorgen, dass wir einmal diese Aktion hier ausführen und dafür erhalten wir die Trophäe Leichenräuber. Also, wie gesagt, sorry, wir hätten das fast vergessen, aber wir haben es ja noch mal... Wir haben es ja noch mal gerettet. Ja, bei so vielen Sachen, die man hier auf der Liste stehen hat, kann das schon mal passieren. Ist jetzt... Ist jetzt nicht weiter schlimm, ist nicht weiter tragisch. Ähm... Ist halt, wie gesagt, einfach nur... jetzt irgendwie ein bisschen untergegangen. Aber wir haben es ja noch mal... Wir haben es ja noch mal gerettet. So, dann muss ich jetzt gleich wieder zurückspringen. Auf meiner Liste. Gut, dass wir uns die... die Trophy einfach noch mal angeschaut haben. Oder die... Trophäenliste. So, dass wir da nichts vergessen. Ich glaube, wir müssen jetzt so Zimmer Nummer 210. Das wäre echt fast in die Hose gegangen. oiuiuiui. Oiuiui. Es gibt nämlich so einen Punkt im Spiel. Bis dahin können wir so Sachen halt einfach noch machen. Und danach bleibt uns nicht mehr diese Möglichkeit. Deshalb, ähm... Ist das ganz gut. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier auch noch mal ganz kurz durch und schauen uns einfach noch mal so grob die Liste an. Was es hier noch gibt. Werde Zeuge eines verlorenen Moments. Das holen wir noch. Das weiß ich. Das kommt erst noch. Was haben wir hier? Nimm Adam an. Äh... Schließe das Spiel ab, ohne zu sterben. Pandemisch. Dafür brauchen wir alle Karten. Hier haben wir... Finde alle Aufnahmen, Patientengespräche. Das kommt noch. Weise Adam zurück. Kommt auch noch. Finde alle Rosen. Das kommt noch. Überlebe Adams Fallensoftware. Und hier brauchen wir 3000 Punkte im Vauxhall-Lauf. Ja. Da haben wir auf jeden Fall soweit alles. Äh... Wie gesagt. Da hätten wir einfach gerade eben fast... Ähm... Ja, was verpasst. Aber wir haben es ja noch mal gerettet. Und... Und daher passt das. Alle drei Rosen haben wir soweit auch. Das war ja einmal hier oben. Da unten. Und dann... Weiß ich gar nicht. Wo war denn die nächste? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber wir haben... Wir haben alles mitgenommen. Wir können die nicht scannen. Stimmt. Das war vorhin schon irgendwie so komisch. Okay. Ja. Aber wir sind soweit. Wir können in... den Raum 210. Und an der Stelle... Ähm... Ja. Wenn du jetzt noch die Möglichkeit hast, irgendwie das Ganze auf den USB-Stick zu ziehen, dir nochmal als Speicherstand oder auch... vielleicht nochmal irgendwie in die Cloud zu schieben. Dann mach das hier ruhig nochmal. Ähm... Sie nehmen. Perfekt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter vor. Und dann wirst du sehen, wird sich das hier alles ein bisschen verändern. Genau. Jetzt haben wir einmal das Licht gesehen. Und jetzt müsste hier hinten in der Ecke eine Karte liegen. Genau hier. Und die hat bei mir mal nicht da gelegen. I don't know why. Das hatte was damit zu tun, dass ich irgendwann einen Spielstand nochmal geladen habe. Und dann hatte ich einfach das Problem, dass dann... Da fallen die Bilder runter. Dass dann die Karte nicht mehr da war. Das war halt schon echt bitter. Oh man, was muss ich denn jetzt hier machen? Da drehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist so wonderful. Warum spezialisieren in Augmentation? To go beyond our limits. To realize our true potential. To usher in a new era. Big words. Some would say. We're not being after to talk about improving. We should walk in life. Our true goal should be to improve. What else would I mean? Tja, das ist das reine Glitchfest hier. Will ich jetzt wieder hier sehen? Müssen wir in die andere Richtung drehen? Nach links mit dem rechten Stick. Und dann drehen wir nochmal nach rechts. Und dann drehen wir nochmal nach rechts. Das ist quasi abhängig, je nachdem wie wir jetzt drehen. Okay. Müssen wir einmal hier. Ähm, wo ist der Stecker? Wo ist das Kabel? Hier. Das Teil da einstecken. Dann müssen wir diesen komischen Ball, glaube ich, berühren. Oder irgendwie so. Oder hier müssen wir den berühren. Możlich. Du bist des Kabel darfst. I won't let them hold me down. I won't be forgotten. Alter Schwede. Alle da hoch hab ich noch nie geguckt. Nice. Hab ich mir noch nie angesehen. Interesting. Steppseln wir das irgendwo wieder ein oder was machen wir jetzt? Ah. Jetzt noch hier vorne. Jetzt noch hier vorne. Jetzt ja, er musste kerngesund sein. Sonst hast du echt ein Epilepi. Jetzt sagt er glaube ich schon mal den Namen von dem System, wie das da heißt. Was ist passiert? Was ist passiert? Wie ist das hier? Ja. Okay. Gut. Gut. Hier überall Blut. Irgendwelche Prothesen hier und und so weiter. Äh. Jo. Ich weiß gar nicht. Ach, das hier ist auch nochmal ein PC. Ah, hier könnte man theoretisch auch nochmal ein Minigame machen. Brauchen wir aber an der Stelle auch nicht mehr. Haben wir alles gemacht. Du siehst auch genug PCs sind da. Ich nehme jetzt hier mal gerade ein Synchrosin, weil, denn, also scheinbar ist es ein Fetisch, sich auch irgendwie bei den, bei den Toten ständig rein zu hacken. Ähm, und hier unten in der Schublade, die einmal öffnen, aufziehen. Da siehst du, da ist die nächste Karte. Auch die war bei mir bei einem, bei einem Run mal nicht da gewesen. Ähm, als ich, als ich mir ein bisschen angeguckt habe, wo welche Karten zu finden sind. Und, jo, das ist natürlich mega schlecht. Ähm, wenn dir dann in so einem weiten, bei so einem weiten Fortschritt dann wirklich zwei Karten schon irgendwo noch fehlen, ja. Äh, jetzt gucke ich gerade mal hier. Genau. Wir gehen jetzt einmal hier raus. Wir mussten jetzt hier nichts mehr großartig sehen. Wir sind jetzt hier einmal auf der Spur. Wir folgen hier diesem, diesem blauen, dem blauen, dem blauen Blut. Können wir auch nicht lang. Dann müssen wir einmal hier lang. Durch die Küche. Beziehungsweise hier durch. Und wir merken schon, irgendwie ist das noch nicht so richtig die Realität. Also, mach zumindest so den, den Anschein. Weil das war ja eigentlich anders hier, ne. Von der Anordnung der Räume. Nee, 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 nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich was vergessen habe. Ähm, hier hinten, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, erstmal hier an diesen abgesperrten Bereich. Und zwar hier hinten ist auch noch eine Karte. Und dann müssen wir, glaube ich, hier hin. Hier hin? Äh? Hier wieder hin? Nein. Hier gibt es nichts. Dann müssen wir hier hin. Ach, hier. Hier. Hier wieder schalten. Okay. Okay. Mhm, mh. Mhm. Hm... Mhm. Mhm. Hey, jetzt kommen wir glaube ich. Irgendwo ziemlich weit oben sogar raus, aber am dritten Stock sind wir jetzt. Was hier abgeht, oder? Richtig ekelhaft, also jetzt wissen auch wir selbst, dass es hier nicht die Realität sein kann. Hier liegt irgendwie das... Okay, und hier glaube ich war das nach links. Und hier hinten drin. Hier auf dem Stuhl ganz genau, da haben wir die nächste Karte. Auch natürlich mega easy zu übersehen, das Ganze. So. Einmal hacken. Null. Okay. Jo, wie war jetzt hier der... Zwei null null. Gute Frage. Jetzt muss ich überlegen. Wie war hier der Code? Ach! Genau, das war hier die Nummer. Hier kommen wir nicht einfach so an den Code. Gut. Hier müssen wir jetzt eine kleine Quest absolvieren. Also Quest. Wir müssen hier einfach was tun, um an die letzten... Buchstaben zu kommen, äh an die letzten zwei Ziffern zu kommen. Zahlen. 6,9. So war das. Ich weiß gar nicht, ob wir das auch hätten vorher eingeben können jetzt. Und dann wäre das, ähm... Dann hätte das auch funktioniert. Keine Ahnung. Hab ich auch noch nie ausprobiert. Könnte sein. Was das auch geht. Okay. Und wir sind einmal hier durch. So, jetzt müssen wir überlegen. Oder muss ich jetzt mal gucken. Ne, hier ist nix. Aber ich glaube, wir kommen nochmal an einer ähnlichen Stelle vorbei. Oh, hier. Alarmanlage. So, und hier müssen wir jetzt aufpassen. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier wirklich bei der Nummer rauf gehen können. Aber wir müssen uns einmal so umdrehen. Und dann einmal schnell wieder zurück und die Füße in die Hand nehmen. Und einmal hier abhauen. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt mal an das Fahrrad. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Oh, da müssen wir weiter gehen. Oh, da müssen wir weiter gehen. Ich glaube, irgendwann passiert hier was. Und wir werden dann hier aus diesem Wald befreit. Na komm. Ah, jetzt vibriert es schon. Jetzt vibriert der Controller anders. Ich glaube, das ist vom Rennen. Ah, hier. Gehen wir nochmal ans Fahrrad. Das ist hier das einzige Objekt, was jetzt hier irgendwie steht. War doch was. Hä? Ach, warte mal. Das war hier so. Wir müssen hier mit L1 diesen Blick machen. Oder R1. Mit R1. Ach, Mensch. Oh mein Gott. Ich sag ja, ich weiß das auch nicht mehr zu 100 Prozent, was da vivo war. Aber. Okay. Wir müssen jetzt irgendwo nämlich noch so ein Energiedingen da rausziehen. Hier. Okay. Auch draußen. Und the last one. Müsste hier sein. Genau. Jo. Perfekt. Oh, alter Schwede. Okay. Und jetzt müssen wir aufpassen, bevor wir hier hinten durch die Tür gehen, gibt's nämlich hier rechts nämlich einmal die Karte. Oh, alter Schwede. Genau. Das passt also auch. Haben wir auch noch alles. Und wir müssen weiter der Blutspur. Also nicht nur den lässt hier nerven. Ich glaub's hier mittlerweile auch schon echt, dass ich natürlich nichts vergessen will. Und teilweise aber auch mich nicht mehr so richtig erinnern kann an die einzelnen Bereiche. Wie gerade eben mit dem Fahrrad und dem Wald. Hier weiß ich jetzt auf jeden Fall, wir müssten eigentlich hier geradeaus gehen. Das tun wir aber nicht. Sondern wir gehen hier erst nochmal hoch. Und jetzt gibt's hier links zum einen noch ne Rose. Die nehmen wir mit. Und dann hast du die leuchtende Taube. Die hast du vielleicht gerade eben schon gesehen. Wie gesagt, hier können wir das auch nicht scannen. Egal. Aber hier ist jetzt nochmal eine kleine Hommage an Rodger Howe. Ja. Für seinen Auftritt bei Blade Runner. Genau. Tränen im Regen. Like tears in rain. War ja ganz bekannt. Ganz bekannte Szene. Eigentlich glaub ich die Szene, die ihn überhaupt so berühmt gemacht hat auch. So und das haben wir auch. Also da haben wir auch die Trophy. Die Tauben erschrecken mich schon gar nicht mehr. Wenn ich so im Tunnel bin. Und dann überlegen bin, dass wir bloß nichts vergessen. Und jetzt hier auf keinen Fall an die Tür schon gehen. Sondern als erstes mal hier hinten in die Ecke. Und hier haben wir noch eine weitere Karte. Ups. Genau. Und dann einmal. Hier. Jetzt können wir aufmachen. Und da ist er. The Victor. Und hier. What the hell are you anyway? Time to get some answers. Und er lebt noch. Ich glaube, er lebt noch. Wir können mal checken. Ja, aber ich... ich sag ja, ich glaube, er lebt noch. Hier einmal sein... Nee, verstorben vor 17 Minuten. Also, wieder ein Fall für unseren Danny Boy. Einmal hacken. Seine Lieblingsbeschäftigung. Sich bei kürzlich Verstorbenen einhacken. Oh, Mensch. Okay. Wenn man was sehen würde. Hier lang, hier lang, genau. Ja, leave me alone. Ist ja gut. Einmal hier durch. Okay, jetzt hier direkt... Wo du die ganzen TV-Köpfe hier siehst. Einmal nach rechts. Und hier hinten in dem... In dem Dunst. Da gibt es nämlich noch eine Karte. Und jo, wenn wir die einmal haben, einfach hier nach vorne gehen. Genau, und dann passt das hier einfach weiter hinterher. Dem Reh hinterher. Hier. Einfach weiter hinterher gehen. So, jetzt wachsen wir. Wir werden jetzt... Sind jetzt quasi schon kein kleines Kind mehr. Oh, und da haben wir scheinbar schon irgendwie eine Obsession. Scheinbar gefallen uns da schon so... Dinge oder... Irgendwie mit einem Wolf oder so. Kann das sein? Hier, einmal das Regal beiseite. Geht das noch weiter? Dann hier durchkriechen. Hier ist ein Radio, aber das kannst du nicht bedienen. Also es hat jetzt nichts damit zu tun mit unserer Audioaufnahme, dass du hier irgendwie was einsammeln musst. Einfach nur hier die Maske einmal nehmen. Hier ist schon der Wolf. Mhm. So. Mal gucken. Und wir wachsen immer weiter. Ich denke, das soll das symbolisieren, oder? Boah. Das ist ja... Okay. Hier ist nichts. So. Hier siehst du jetzt. Hier gibt es nochmal eine Karte. Müssen wir mal schauen. Die liegt hier oben. Genau. Weg da. Weg da. Da kommt der Ball. Weg da. Was? Dann mach ich dir erstmal die Milch kaputt. Was? Dann mach ich dir erstmal die Milch kaputt. Okay. Okay. Jetzt mal schauen. Nichts soll ich hier was vergessen. Okay. Dem Reh hinterher. Ja. Warte mal. Warte mal. Ich will es nicht. Bitte. Du musst es essen. Komm. Essen. 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 Nein. Einmal hier hinten durch. Weiter dem Reh folgen. Gerade nochmal schnell gucken, dass wir hier nichts vergessen haben. Aber hier. Ne. Hier ist das nicht. Ich habe hier. Mir aufgeschrieben. Küche. Kühlschrank. Aber das war ja eher so die. Cafeteria vielleicht. Kann man sagen. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen mal weiter hinterher. Hm. Oh Mann. Ich bin mir grad so unsicher. Das war ja. Ich bin mir grad so unsicher. Ich meine aber, wir haben nichts vergessen. Das passt. Okay. Jetzt kommen hier die Monster. Wir greifen jetzt die Fischer hier an. Yes. Yes. That's it. Yes. That's it. Ah, jetzt. Jetzt kommt's. Okay. Genau. Flashback Nummer 1. Gehen weiter. Flashback Nummer 2. Und jetzt hier einmal schauen. Da siehst du. Hier ist das Symbol. Das ist der Kühlschrank, den ich gerade eben gesucht habe. Deshalb, ich habe mich da jetzt ein bisschen verunsichern lassen. Und hier einmal die Karte mitnehmen. Ganz wichtig. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht mehr schneller laufen kann. Jetzt. Jetzt wachsen wir wieder. Jetzt. Jetzt ist die Chance. Da war ich schon im Grund raus, glaube ich. Der Viktor. Exzellent. What the hell did you do to yourself? Wait. Ach, hier. Hm. Wieder eine Erinnerung von... Von Dan. Ich bin ich hier, Vater. Gott, verdammt. Und du hast das gemacht? Warum? Nur zu spät mir? Ich sagte, du zu bleiben. Ich bin besser da draußen, als ich hier bin. Stopp'n. Du hast nur das Schmerzen. Du hast nur das Schmerzen. Ich mache das Schmerzen? Schau mal. Das ist grotesk. Das Schmerzen. Das Schmerzen. Das Schmerzen ist nicht mein son. Viktor, bitte. Du Vater nicht so sagen. Wir haben nur Angst vor dir. Das ist alles. Wir haben nur Angst vor dir. Das ist alles. Das ist alles. Okie dokie. Once upon a time. There lived in a certain forest. A brave little wolf. The fiercest creature who was ever seen. Oh oh. Ihr habt den Wolf freigelassen, Leute. Werde mal ordentlich aufgemischt hier. Come Victor. Komm, Viktor. Da musst du jetzt nix besonderes machen. Die Aktion hier, die geht irgendwann automatisch rum. Jetzt weiter dem Reh folgen und hier rechts auf der Bank, da gibt es noch eine Karte. Genau hier, da ist das Zeichen. Da haben wir die Karte. Okay, sehr gut. Sollen wir quasi im Innenhof Fahrrad fahren lernen und alle lachen so über den Victor? Zumindest ist das so in seiner Erinnerung. Weiß man ja alles nicht. Yo, einmal hier in der Hand. Und kratzt hier gerade an der Ecke. Wer macht sich da bemerkbar, irgendwie? Okay, einmal hier durch. Es war schön idyllisch, aber nur für einen kurzen Moment. Das ist, glaube ich, wieder eine Erinnerung von Dan. Oh, danke dir, Doktor. Ich kann dir nicht sagen, wie viel ich es empfehle. Hörst du das, Dan? Dan! Das sollte ich hier sein. Oh, da liegt es. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. So. Tschuck, 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 tschuck. Hier durch. Sind wir hier schon richtig? Wir kommen nämlich später nochmal in so eine Situation, in so eine ähnliche, wo wir da auch wieder am Empfang stehen. Ne, aber hier sind wir jetzt richtig erstmal, genau. Jetzt einmal hinterherlaufen, so ein bisschen dem Licht folgen hier. Und dann müssten wir hier oben an dem... Das ist interessant hier mit dem Turm. Ich weiß nicht, ob das im ursprünglichen Observer-Teil auch schon so war. Ich konnte mich da nicht dran erinnern. So, und... Hier... Wo kommt denn der Tattoo-Shop? Hier, da kommt der Tattoo-Laden. Hier kannst du nochmal reingehen. Kannst dir, glaube ich, nochmal was anhören wegen der Background-Story vom Adam und vom Dan. Aber hier gibt es nichts für uns zu holen. Wichtig, viel wichtiger ist jetzt gleich hier einmal... Genau, hier kommt nochmal das Reh. Und hier laufen wir jetzt nicht dem Reh hinterher, sondern wir gehen hier links hoch. Und zwar hier an dem Grab. Du musst die Rose noch nicht mal aufheben, aber du musst sie einmal gesehen haben hier. Da kommst du nämlich dann die Trophäe ein anderer Name. Und hier haben wir jetzt gleich nochmal mit dem Traumfresser zu tun. Müssen wir einfach mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, der ist hier irgendwo nach links abgebogen. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Und normalerweise taucht der hier nochmal auf. Normalerweise. Oh, da ist er. Da ist er. Und da ist er wieder weg. Oh Gott. Mann, 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 Mann. Genau. Yo, hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier gibt es nämlich... Hier gibt es auch nochmal eine Karte. Die auch noch mitnehmen. Und dann war es das. War es das hier. Da sind wir jetzt einmal noch hier, glaube ich, irgendwie lang. Okay, da ist die Organfarm drin. Das sind wir. Okay, viel mehr gibt es jetzt hier nicht. Hier sehen wir jetzt nochmal den Moment, wo wir in den Keller gegangen sind. Und unter dem Tattoo-Laden. Und dann quasi der Victor einmal hier hinten hinterher... Gegen die Tür geschlagen hat. Und als nächstes jetzt finden wir uns hier in dem... Part, wo wir gerade eben waren. Wir sind da durchgekrochen und... Victor ist uns da hinterher. Hier sieht man so ein Taubenskelette. Das war, glaube ich, aber... Das war doch vorhin nicht so. Also, Victor hat schon echt ne... Ne komische Fantasie. Ne komische Fantasie. Okay, das war, glaube ich. Das Dreh steht für den abgetrennten Kopf, ganz am Anfang in dem Apartment wo wir waren. Einmal hier wieder raus. Da haben wir jetzt eigentlich noch zwei Abschnitte vor uns. Mal gucken, also ich bin gespannt. Das dürfte jetzt relativ schnell auch vonstatten gehen. Ich weiß gar nicht, jetzt kann man glaube ich hier noch ein bisschen was scannen. Aber ist für uns jetzt an und für sich erstmal gar nicht mehr interessant. Wir haben unsere Infos, wir schlucken mal eine Pille, damit wir ein bisschen synchronisiert wieder sind. Und wir können einmal raus, müssen raus, ne? Oh Gott. Hallo. Wait, what the fuck? Wo ist jetzt hier der Ausgang? Ah, da oben. Na? Jawoll. Und da sind wir einmal draußen und jetzt haben wir hier eine Karte. Du siehst doch schon das Symbol und die Karte liegt einmal hier in der Ecke. Haben wir auch. Wir sind damit insgesamt bei Karte Nummer 60. Wir brauchen noch 16 Stück. So, das bedeutet... Wir müssen auf jeden Fall hier mal durch. Zuerst. Jetzt schon wieder Arschduster. Müssen wir hier mal gucken. Ähm... Ne, hier hinten war nix. Ne, hier ist nix. Hier. Hier müssen wir rein. Hier bei den drei Hebeln. Hier müsste irgendwo eine Karte sein. Die Karte ist da hinten im Raum. Wir müssen jetzt erstmal hier feststellen, dass... Ich meine hier eine der Sicherungen. Die ist am Arsch. Äh... Was kommt denn da rein? Was ist denn da rausgefallen für eine Stärke? Weil das ist nicht ganz unwichtig. Wissen wir nicht. Ist einfach rausgefallen. Dann müssen wir einmal hier durch. Und hier hinten im Sprint hier oben. Da ist noch eine weitere Karte. Und hier hinten sind auch die Sicherungen. Müssen wir mal gucken. Das ist natürlich super. Wenn die überhaupt nicht steht, welche... 10 Ampere. Das war glaube ich 35. Ich glaube 35. Jawohl. Dann hier noch die... Die Kollegen da einstecken. Und einmal die Hebel umlegen. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Timing technisch. Ach fuck. Okay. Erst wenn der blinkt. Ich habe gedacht der blinkt grün nochmal irgendwie. Dann. Oder wird grün. Aber so ist es nicht. So. Let's get out of her. Oki doki. So. Dann wird natürlich alles wieder mit einem Krach hier eingeschaltet. Ja. Da haben wir das auch. Jetzt müssen wir hier irgendwie in die nächste Area. Nächste Area bedeutet für uns... Nee, nicht hier lang. Wait. Ach. Falsch. Wir müssen hier durch. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür. Okay. Und dann einmal im Bereich... 43, 44 von den Räumen. Okay. Ich weiß natürlich nie, wenn die jetzt hier die Zimmernummer nämlich weggemacht haben in dem Teil, dann finde ich ja meine Karten nicht, weil ich habe mich da dran zum Beispiel orientiert. Aber ich meine, hier war da noch nichts mit Zimmernummern. Weil die Liste, von der aus ich natürlich arbeite, die ist nur in den Punkten angepasst, in denen das für die Nano-Fahrenkarten, die da neu irgendwo liegen, wichtig ist. Okay. Das passt nicht. Also hier bin ich auf jeden Fall jetzt nicht richtig gegangen. Dann müssen wir nochmal hier lang. Wo kommen wir da? Wo kommen wir da jetzt raus? Ist das falsch in Erinnerung? Ach, wir müssen hier hinter. Hier hinter. Knopf drücken. Alles klar. Jetzt gibt es auch wieder Zimmernummern. Und da hinten siehst du schon das Symbol. Hier gibt es irgendwie noch eine Karte. Genau. Hier auf dem, auf dem Herd, da haben wir das auch. Jetzt müssen wir einmal zuzimmern. 40, 45, 0, 40. Also 0, 40. Und bei 0, 40 müsste da auch noch was liegen. Ja, ich glaube, wir müssen direkt hier runter. Einfach mal hier gucken. Hier passt das alles. Ducken. Hier können wir, glaube ich, nach links gehen. Wir müssen aber erst mal geradeaus. Und zwar hier. Hier haben wir noch eine Karte. Hier haben wir auch. Ja, das passt schon. Wir kommen auf jeden Fall unserem Ziel immer näher. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir auf jeden Fall keine der Karten irgendwo vergessen haben. Und die schlimmsten Parts, die haben wir hinter uns. Weil alles, was jetzt hier passiert, ist halt relativ linear. Und wir brauchen uns hier nicht mehr großartig Gedanken machen, ob jetzt hier noch irgendwie was schief geht. Also zumindest nicht in der Form, wie das schief gehen konnte vorher. So, jetzt kommen wir hier einmal in Victors ja, geheime wie auch immer. Geheime Unterkunft. Und hier dürfen wir jetzt erst mal nicht weitergehen. weil hier müsste jetzt irgendwo... Ach doch, hier oben. Ich wende mal dieses eine Poster da nicht ein. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass YouTube mir hier irgendwie Stress macht, weil da irgendwas nachher zu sehen ist, auf was die keinen Bock haben. Und hier sieht man auch noch mal... Okay, das kenne ich nicht. Ja, hier sieht man, dass er irgendwie echt von Wölfen besessen war. Hier gibt es jetzt theoretisch noch die Möglichkeit für dich, wenn du noch irgendwie ein Minigame machen willst, dann das Ganze auch hier zu machen. Das müsste so die letzte Station sein, bei der das überhaupt noch möglich ist. und dann gehen wir als nächstes einmal hier hin und jo, dann werden wir jetzt sehen, um wen es sich dabei gehandelt hat. Wir haben es ja eigentlich schon mehr oder weniger ahnen können, neben der der Kopf abgetrennt wurde. Und dann geht's. Das ändert mich schon an Walking Dead. Xavier war noch auch am Sanctuary, oder? Okay, so. Einmal verbinden mit Adam. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen aufpassen. Wir müssen halt noch ein paar Sachen jetzt einsammeln, aber grundsätzlich dürfte jetzt hier nichts mehr schief gehen. Adam Lesarski, leitender Forschungsbeauftragter. Und hier sind wir im Spiegel. Oh yeah, oh yeah. You can dance. Und einmal gehen wir zu Chiron. Alter, wenn die in Zukunft wirklich so düster ist, na dann. Gute Nacht Marie. Okay, jetzt hier keinen PC bedienen und nix, sondern erstmal hier unten unter dem Stuhl schauen. Hier gibt es noch eine Karte. Die haben wir. Und jetzt können wir uns einmal hier den Zugriff verschaffen. Irgendwas drücken. Und das funktioniert eh nicht. Okay, und jetzt sind wir hier im Bereich angekommen, wo wir einmal den Voxel 3000 Lauf machen müssen. Also wir müssen jetzt uns eine Trophäe verdienen. Dafür müssen wir in dem Minigame in dem ersten 3000 Punkte erreichen. Das wird jetzt relativ tricky. Aber ich zeig dir mit einem Trick, wie das Ganze funktionieren sollte. Falls nicht, müssen wir noch mal ein Savegame laden. Ich hoffe, dann wird uns da nicht irgendwie ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir haben ja Autosave und noch ein paar ältere Savegames. Dann sollte das auf jeden Fall klappen. Das Ding ist halt, hier kommen jetzt auf jeden Fall gleich einen Haufen Tetris-Blöcke nach unten. Und wir müssen denen ausweichen. Die fallen immer schneller. Und wenn du da einfach so ausweichen wolltest, könntest du das vergessen. Es würde nie im Leben klappen. Wir müssen dadurch hier gleich so unsere Runden drehen. Und also immer so im Kreis laufen. Die Objekte, die hier liegen, die werden uns dadurch natürlich ein bisschen den Weg versperren. Aber so sollten wir das auf jeden Fall hinbekommen, die ganzen Punkte mitzunehmen. Du wirst sehen, wie das funktioniert. Und ich werde mich dabei konzentrieren müssen. Ich werde dabei nicht so viel reden können. Und jetzt siehst du schon, da oben fällt was runter. Und wir wurden das erste Mal gehittet. Natürlich. Oh fuck. Oh fuck. Wir laden. Wir laden. Wir laden. Wir laden. Wir laden. Wir laden direkt. Das war richtig, richtig bad. Okay. Vorführeffekt. Normalerweise sollte das Ganze direkt beim ersten Mal funktionieren. Das war richtig mies gerade. Das hätte so nicht passieren sollen. Übrigens, wenn du jetzt hier drauf gehst bei der Nummer, das zählt jetzt nicht als tot. Also du stirbst dadurch nicht. Du verlierst dadurch nicht die Möglichkeit, die Trophäe zu bekommen, bei der du nicht sterben darfst. Aber dass ich da jetzt direkt drauf gegangen bin, das ist mir so auch noch nicht passiert. Aber dann checken wir gleich aus, ob das auch so dann mit den ganzen Karten klappt und so weiter. Aber ich denke, das wird funktionieren. Dang. Okay. Wirf eine Münze an. Oh yes. Na komm. Okay. So. Wir rennen jetzt hier im Kreis. Wir müssen, glaube ich, einmal nach oben schauen, sodass wir gecheckt haben. Boah, Alter! Schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ja, echt ziemlich dumm gewesen. Ja, wenn nicht, müssen wir gleich nochmal laden. Und du siehst, wir kriegen jetzt hier immer 20 Punkte nur drauf, pro Stein, dem wir ausweichen. Aber das ist natürlich schon heftig. Wir müssen auf 3000 kommen. Aber ich werde mich jetzt konzentrieren. Und eventuell schneide ich das jetzt auch gleich ein bisschen kürzer. Okay. Also. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ohi, ohi, ohi Ohi, ohi, ohi Ohi, ohi Ohi, ohi, ohi Ohi, 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 ohi So, also Wir sollten jetzt gleich auf jeden Fall hier Bei den 3000 Punkten ankommen Und haben jetzt auch die Trophäe Voxel-Durchlauf einmal bekommen Du hast gesehen, wie ich das gemacht habe Von der Taktik Du musst dich natürlich echt konzentrieren, weil die ganzen Objekte hier mehr wie beschissen rumhüpfen und sich dir immer in den Weg stellen werden Und sobald du jetzt das zweite halbe Leben hier verlierst, also dann nur noch auf zwei Herzen bist, wirst du nämlich automatisch in das nächste Level katapultiert Und da haben wir nicht mehr die Möglichkeit noch über 3000 Punkte zu kommen Also ich lasse mich jetzt einmal treffen und dann wirst du sehen, ob wir jetzt in das nächste Level Ja, das ist schon nicht so einfach, muss ich echt sagen, aber mit ein bisschen Übung wirst du das hinbekommen Dadurch, dass die Objekte da halt immer wieder bei dir in den Füßen, zwischen den Füßen landen Ob es Bett ist oder eine Lampe oder was da alles rumfliegt Das ist halt schon richtig Mist Hier werden wir nie auf 3000 Punkte bekommen Und hier in dem dritten Level gibt es überhaupt gar keine Punkte zu holen Das ist einfach so ein Dungeon hier Aber da können wir gar keine Punkte holen Das ist halt schon richtig mies Aber wir haben es ja geschafft Und wenn du es auch geschafft hast, auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch Ist nämlich nicht so einfach Noch mal kurz warten, ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher Aber läuft Und Dan hat schon eine blutende Nase Oh no Und einmal zurück Komm schnell Einmal nach rechts Nochmal nach rechts, das war eins zu früh und nach rechts gedreht Man sieht es halt schlecht Passt Er überfährt das Jetzt will das Auto uns überfahren Und wir hauen ab Ne, beziehungsweise wir müssen glaube ich ins Auto rennen Und jetzt passt das Jetzt haben wir auf jeden Fall die Fallensoftware Von Adam einmal überlebt Und sollten auch dafür die Trophy bekommen Fallensoftware Oh, Dennis riecht am abkacken Na komm Krabbel dich auf, Alter Yeah It's a trap Es ist eine Falle Okay, wir nehmen mal ein bisschen Synchrosien 65 Haben wir Hm, habe ich richtig geguckt, oder? 65 von 76 Karten Das bedeutet also Wir müssen noch ein paar einsammeln Aber das wird Das wird passen Das wird passen So, einmal hier Öffnen Jawohl Hier nach unten Können wir wieder die Nachtsicht anmachen Okay Oh, oh Einmal umlegen Mann, mach doch nicht so'n Krach hier im Keller In den Abflusskanälen hier Gibt's doch nicht Stopft hier halt irgendwo rum Hier drüben, ey So, hier nach rechts Drei grüne Schalter brauchen wir Das wird irgendwie anders oder anders als im ersten Teil Also im ursprünglichen Observer Teil Okay Aber wir haben was eingeschaltet Wir haben was aktiviert Wir können jetzt hier durch Wir können jetzt hier durch Okay Hier kriechen und nach links Genau Und hier Hier müsste es Die nächste Karte sein Okay Passt Passt Soweit Hier ist nix mehr Hier müssen wir einmal drüber Das passt auch Wir müssen glaube ich jetzt gleich nochmal durch so'n Abschlussrohr kriechen Ich lasse mal hier die Nachtsicht an Weil Oder? Nein, noch weiß Geht auch so Okay, genau Jetzt kriechen wir hier einmal durch Und dann müsste Hier links ein Licht sein Genau Und dahinter Siehst du hier vielleicht Da ist auch noch eine Karte Die haben wir Also wir sind jetzt hier gerade aus dem Loch rausgekommen Hier gibt's so ein paar Dinge Hier fliegen ein paar Fliegen rum Und da hinten in der Ecke Da war noch die andere Karte Haben wir auch Okay Jetzt kommen wir hier einmal raus Wir sind dem Ziel immer näher Die Platin ist schon Schon fast erreicht So, einmal hier hoch Hier aufmachen So Und da sind wir auf dem Weg zum Sanctuary Aber jetzt müssen wir ja einmal noch links an die Tür Und hier liegt auch noch eine Karte Ja Hast also Und Hier rechts daneben gibt's gleich die nächste Karte Und zwar hier an dem Klavier Können wir halt nicht übersehen Und jetzt können wir einmal reingehen Fallprotokoll aktualisiert Ja Amino 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 Aber ich weiß gar nicht Müssen wir das hier drücken Oder hier vorne glaube ich Mussten wir drücken Hier Hi Hello Aha Daniel Lazarski Daniel Lazarski Identity confirmed Subscription status Okay Jetzt kriegen wir hier einmal Dann Ja Ist das Sarg Ist das ein mobiler Sarg? Ich hab keine Ahnung Aber es sieht schon echt strange aus Was da in der Zukunft abgeht Okay Einmal reinsetzen Tyron Einmal hier zu dem Baum Laufen Und Müssten hier gleich die Lichter angehen Das sieht richtig richtig geil aus Ist echt gut gemacht hier Fällt mir Und einmal an dem Baum Hier kommt aber jetzt nichts Wir müssen jetzt erstmal warten Bis wir wieder Aus diesem komischen Sarg Ausgestiegen sind Ist hier der Adam Adam wird uns jetzt In der Panzette drücken Wie gesagt Hör dir das alles wirklich in Ruhe an Für uns ist es jetzt an der Stelle erstmal Oder für mich ist es erstmal egal Weil Das muss ja jetzt Hier nicht irgendwie Eine bestimmte Auswahl treffen Das müssen wir ganz am Ende mal machen Aber auch da ist es bei unserem ersten Mal Im Prinzip egal Was wir da nehmen Oder was wir da wählen Okay Wir sind einmal raus Und Stopp Das war falsch Wir müssen hier hinten hin Sieht auch schon wieder geil aus Hier mit dem Zum Pol Also ich muss generell sagen Gejagt hat Bevor ich jetzt aber weiter erzähle Also hier einmal an der Kapelle An der Orgel Hier einmal schauen Hinten An dem Ja Hier an dem An dem Gelände Beziehungsweise an der Balustrade Hier da Einfach das Ding mitnehmen Die Karte Und dann einmal hier Ein bisschen Orgel spielen Wie gesagt Aber ich finde die haben echt ein gutes Händchen Was die Spiele betrifft Und ich meine Die sind doch auch Entweder Ich weiß nicht ob sie gekauft wurden Oder irgendwie Mit jemandem jetzt Ein Deal eingegangen sind Mit einem größeren Studio Ähm Um künftig auch Horrortitel noch rauszubringen Und das Äh Sagt natürlich Dass das Budget dann schon mal Größer wird Und das ist natürlich auch schon mal Sehr gut Wenn die mehr Geld zur Verfügung haben Dann Ja Kann es da auch nur Besser Noch besser werden Ähm Hoffen wir zumindest mal Jo Das hier Auch mega geil gemacht Erinnert mich halt wirklich jedes Mal an Odyssee im Weltraum So Aber jetzt Bevor wir hier Äh Im Oben am Computer Monitor Hier müsste nämlich Eine Karte sein Toll Die haben wir auch Dann dürfen wir jetzt einmal hier den Den Knopf drücken Hallo Hell Okay Jetzt scheinbar dazu geführt Dass hier hinten die Tür aufgegangen ist Deswegen gehen einmal hier rein Öffnen hier die Tür Gehen dann nach links Jetzt müsste gleich noch so eine kleine Tür Da hinten kommen Okay Ich hatte da was jetzt anders in Erinnerung Aber ich glaube das kommt erst gleich Ähm Hier einmal durchkriechen Und dann hier oben An der Jalousie Beziehungsweise hier wo das Licht einfällt Da gibt es auch nochmal einen Der guckt ein bisschen grimmig Hier einmal Knopf drücken Geht nicht Einmal hier unten drunter durch Hier ist zwar jetzt so ein Nanofragensymbol Aber hier liegt keine Karte Äh Wir müssen nämlich jetzt einmal hier Hier lang Und hier müsste jetzt normalerweise gleich das Nächste Radio stehen Genau Und das Radio steht nur dann da Wenn du die anderen drei Radios Die ich dir gezeigt hab Wenn du die auch gefunden hast Hast du die nicht gefunden Ist das Radio nicht da Und dann haben wir einfach das Problem Dass wir die Trophy nicht bekommen können Also hier Bekommen wir jetzt die Trophäe Die Wurzel allen Übels Ja Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle Dass du das bekommen hast Weil es ist auch schnell zu verfassen Was für harte Worte hier Hier auch nochmal ein ganz großes Symbol Jo die werden hier eingesperrt halt Die Leute Die da irgendwie Scheinbar infiziert sind Oder auch nicht infiziert sind So Perfekt Genau Den Raum habe ich gerade eben gesucht Aber jetzt ist er da Hier gibt es nämlich auch noch eine Karte So Jetzt geht es hier gleich ab Du hörst es schon Es kann sein Dass ich jetzt hier den Ton vom Game rausschneide Weil beim Damals bei Observer Bei dem ersten Teil war das so Ich habe das hochgeladen Und irgendeine Tonspur Scheint hier drin zu sein im Spiel Auf die irgendjemand ein Copyright hat Und dadurch Ja Habe ich einfach den Ton an der Stelle dann abgeschnitten Falls das jetzt hier wieder so sein sollte Ja Das ist ja nicht schlimm an und für sich Ich will es nur gesagt haben Da brauche ich es nicht irgendwie als Text hier nochmal zusätzlich einblenden Aber dann weißt du schon direkt Bescheid Wir müssen jetzt mal hier schauen Hier gibt es nämlich auf jeden Fall gleich noch eine Karte zu finden Müsste jetzt hier vorbeikommen Da läuft nämlich glaube ich hier seine Seine Kreise Ja da ist er Wir dürfen uns halt bloß nicht erwischen lassen Hey Lauf mal weiter Okay passt Passt Hier ist glaube ich nichts drin Wir gehen trotzdem mal hier durch Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen Weil hier hinten müsste das gleich sein Bei dem Bereich mit den Augen Ich bin aber echt mutig hier Ist doch hier irgendwo Keine Ahnung Ich weiß nicht wo der da rumläuft Also hier gibt es jetzt gleich irgendwo noch eine Karte Und ich meine das ist dann eine Klappe Wo dann so ein bisschen Blut dadurch schimmert Ja mal gucken Wir werden das finden Hier sind wir richtig Kommt der? Ja der kommt Der kommt einmal hierher Was macht der denn? Kommst du jetzt oder? Boah und dreht sich direkt wieder um Ich meine soll uns ja auf der einen Seite recht sein Aber Hier gibt es nichts zu sehen Bitte gehen sie weiter Geh Alter Mach irgendwas Ich glaube ich muss da lang Alter der geht nicht Das Game wartet auf mich Dann gehen wir mal hier lang Da ist die Karte Okay Da ist die Karte Und hier ist ein bisschen Blut davor Das war so mein Meine Notiz noch Okay Jo Auch die haben wir Sehr wichtig die Karte Einmal hier durch Aber wir können hier keine Nachtsicht anmachen Boah ich habe keine Ahnung wo der Typ ist Ich glaube der teleportiert sich jetzt gleich hier vor Gehen wir schnell hier rein Fuck Fuck Was också das dok Ich habe mich Ich habe mich Nein Ich habe mich nicht Ich habe mich Alter, bin ich falsch? Fuck off, ich sehe den. Ich höre den. Oh, da ist er. Ich habe den gerade. Kommt der hierher oder guckt der nur rum? Nein, der guckt nur rum. Ich habe den echt gerade überall gehört. Ich weiß, der läuft hier nicht lang. Hier rechts. Meine ich zumindest. Alter, ich bin so lost. Oh, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Okay, der ist weit genug weg. Der kommt jetzt nicht. Und wir müssen einmal in den Computerraum. Und da dürfen wir auf jeden Fall mit nichts in irgendeiner Form interagieren. Wir dürfen auf jeden Fall nur hier einmal rechts die Karte mitnehmen. Die vorletzte Karte. Hier einmal draufklicken. Okay. Okay. Wir rennen ja. Lauf. Komm, 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 komm. Einmal hier in die Luke. Oh mein Gott. Wenn es halt hinter einem die ganze Zeit irgendwie lauter wird und lautere Schläge gibt. Das ist halt echt schon heftig. Okay. Hier jetzt nochmal ganz kurz konzentrieren. Hier müssen wir sogar aufpassen. Wir könnten theoretisch hier nämlich auch noch sterben. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Wir müssen halt jetzt hier einfach nach rechts gehen. Und hier die ganzen Dinge einmal rausziehen. Warum sage ich, wir könnten hier nochmal sterben? Weil wenn wir jetzt nicht hier nach rechts, sondern nach links gegangen wären und hätten dann dort nämlich schon, hätten nochmal probiert zurückzugehen, dann hätten wir dabei draufgehen können, weil irgendwie so ein fleischartiges Teil da folgt. So, jetzt hier an der Stelle die letzte Karte. Und wir haben die Trophäe pandemisch. Also die größte Herausforderung in diesem ganzen Game haben wir damit erfolgreich absolvieren können. Herzlichen Glückwunsch für dich. Und auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen unsicher waren oder ich ein bisschen unsicher war, hat es doch funktioniert. Und die Notizen, die ich mir gemacht habe, haben auf jeden Fall gepasst. Sehr gut. Und wie gesagt, jetzt hier einfach folgen. Du siehst, jetzt hier ist dieses komische fleischartige Ding. Und das kann halt auch hinter uns auftauchen. Und dann haben wir einfach das Problem, dass wir dann dabei sterben können. Also ich denke, das ist ein Sterben. Es kommt zumindest so ein Endscreen in dem Moment. Und ja, das zeigt mir einfach nur, dass wir dann in dem Moment draufgehen. So, dann rennen wir jetzt hier einfach mal. Es gibt nichts mehr für uns zu sammeln. Wir haben alles bekommen. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr großartig Gedanken noch irgendwie machen. Einfach nur hier durchkommen. Hier müssen wir, glaube ich, zum Fahrstuhl. Der Fahrstuhl ist aber hier, oder? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie dunkler. Aber ich glaube, das ist, wenn ich manchmal spiele, wenn ich dann mir so ein paar Sachen schon mal anschaue für irgendwelche Guides, dann habe ich natürlich die Lichter hier auch aus. Und jetzt, wo die Lichter an sind, wenn ich hier zum Beispiel jetzt gerade eben mal voll reingucke und dann wieder auf den Monitor, dann sieht man ja wirklich kurzzeitig fast nichts. Jetzt, wie wenn du in die Sonne schaust und dann einfach wieder weg, dann siehst du ja auch nicht so viel. So, jetzt hier kommt dieser Fleischwerk. Wir können jetzt hier nichts machen. Der muss uns jetzt einmal bekommen. Also, du siehst jetzt hier, du kannst hier auch den Knopf rumdrücken, wie du willst. Das geht nicht. Wir sterben jetzt aber bei der Nummer an der Stelle hier nicht. So, denn das gehört halt ganz normal dazu. Alter, ich bin schon mal happy, dass wir auf jeden Fall die ganzen Sammelobjekte, dass wir alles mitbekommen haben. Das ist schon mal echt ein Riesenschritt gewesen. Wahnsinn, Hammer. Ich bin schon mal klar. Ja, ich bin schon mal klar. Ich bin froh, dass du das machst. Das ist drastisch. Das ist YOUR chances zu erstaunen. Ich habe, dass ich meine Entscheidung gemacht habe. Danke. Lieben, ich bin stolz auf dich. Du kannst das machen. Ich weiß, dass du kannst. Ich werde da für dich sein. Ich werde da für dich. Honey. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. Schon wieder. Whatever it takes. The doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know. Did mom decide for herself? Did she really want this? I think she did. I didn't believe that she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be alright. Why didn't you save her? She's choking you. She's choking you. Jesus. There's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's... It's pretty bad. They need to... Replace a few parts. Mm-hmm. Whoa. Whoa. Easy there. Listen. It's either this, or you'll spend the rest of your life in a fucking jar. Think of your kid. Who's gonna take care of him? What is it, Dan? Whatever you think. 30 cc's of cortisone. Staff, I need any non-medical staff at you. Hang in there, buddy. They're gonna fix you up real good. Uh. Hmm. Hmm. Fuck! Bro. Come on. Fuck! а! Du bist ein fuckinger Hypocrite, und du hast überhaupt nicht gesehen. Ich dachte, ich war richtig. Ich wusste nicht mehr. Es ist noch unprincipabel, wenn es für dich war. Oder wenn es für dich zu retten, du bist pragmatisch. Ich musste dich auswählen. Ich habe eine Verkaufnahme. Nein, du musst nicht benutzen sie als eine Beinung. Das ist doch nicht so. Was ist das? Was ist das? Was musst du tun? Ja, aber. Das ist, was du sie gemacht hast. Von der Zeit schaue ich an dich. Und sehe dieses... Monster, der mich töten hat. Du hast es geschafft. Ich verstehe. Daniel Sarsky. Und da sind wir auch einmal... Na, ich muss hier nur gerade was umstellen. Hier sind wir einmal beim... Bei unserem guten Adam angekommen. Und was halt wirklich gut ist, dass wir jetzt zum Beispiel hier an der Stelle auch eine Autosave-Funktion haben, die wir uns so wieder ganz normal aufrufen können. Also später auch, wenn wir das Spiel nochmal an dem gleichen Punkt hier jetzt starten wollen. Weil es ist ja so, es gibt zwei verschiedene Enden. Und es gibt einmal ein Ende, wo du Adam annimmst und es gibt einmal ein Ende, wo du ihn ablehnst. Und beide führen zu einer Trophäe. Und damit du das Spiel halt nicht nochmal komplett durchspielen kannst, nutzen wir... musst... nutzen wir halt einfach hier an der Stelle dann diese Möglichkeit. Und... Jo... Gehen halt hin und laden dann einmal den Punkt. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier gerade so abdriftet. Ähm, ich drücke das jetzt hier auch einfach nur durch. Du wirst nämlich sehen, wir kommen gleich an einen Punkt, wo wir uns da entscheiden müssen. Dann... danach... Jetzt hier einmal den... Den... Den Pimmel... Den Pimmelberge. Connection. Jetzt sehen wir auch, Viktor hat ihm damals... Er hat damals auf seine Anweisung quasi den... Biologischen Adam... ...gekillt. So, okay, bla 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 bla. Wie gesagt, so weit durch. Beenden wir das. Das ist jetzt so... Der Punkt... Jetzt gibt's halt nur noch die Möglichkeit... Annehmen oder abnehmen. Krass, ne? Oh, jetzt... Nehmen wir ihn erstmal an. Dann sollten wir halt jetzt auf jeden Fall die Trophy dafür bekommen, dass wir ohne zu sterben einmal durchgeführt haben. Und dass wir Adam angenommen haben. Danke für deine Kooperation. Hey, du! Schau! 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 Ich weiß, Janis. Janis? Ich hab' dir geholfen. Ich hab' dir geholfen. Ich soll' dir hier in einem Moment sein. Danke. Ich werde dir hier wegnehmen. Von hier, du kannst zurück zu deinem Post. Aber... So wirklich ein Happy End ist das glaube ich nicht. Weil ich habe jetzt hier die Möglichkeit da zu wählen, oder Janice, helfen Sie mir, aber der kann halt nichts sagen. Weil Adam halt mitkontrolliert. All die Spell, Tra-Tra-Tra-Abel. Ich weiß es nicht. Okay, sehr schön. Exit. Na komm. Der verlorene Sohn haben wir einmal bekommen. Und Unzerstörbar haben wir auch bekommen. Also wie gesagt, das sind hier die beiden Trophäen, die wir auf jeden Fall einmal dafür erhalten, dass wir das Ganze so abgeschlossen haben. So, jetzt fehlt uns noch die Trophäe, dass wir Adam ablehnen. Jetzt laden wir einmal das Spiel. Und zwar... Na... Wo hat er das Ganze jetzt hier gespeichert? Äh... Hiding Section. Autosave. Jo, dat müsste das sein. Wir nehmen mal hier die Autosave-Geschichte. Die letzte. Wenn das jetzt nicht genau an dem Punkt ist, wo wir mit Adam das Gespräch geführt haben, dann ist das ja auch nicht schlimm. Dann arbeiten wir uns halt nochmal bis zu dem Punkt vor. Aber das müsste normalerweise so sein. Ja, genau. Also siehste. Jetzt müssen wir halt nur darauf achten, dass wir ihn ablehnen. Und dann sollte wirklich gar nichts mehr schiefgegangen sein. Spätestens jetzt an dem Punkt hier wirst du wahrscheinlich dann auch das zweite Mal das Gespräch dann einfach weiter drücken, weil du hast ja dann diese Punkte alle schon mal abgearbeitet, du hast das ganze Gespräch schon mal mitverfolgt. Und von daher... Ansonsten empfehle ich natürlich immer, wenn man das wirklich das erste Mal spielt, alles auch wirklich angucken, anhören. Hier, wie gesagt, ist wieder egal, was wir da machen. Müssen wir uns halt diesen Part gleich nochmal anschauen, den können wir halt nicht überspringen komplett. Ah, das ist schon echt creepy, oder? Zatsarab! Ach, Viktor, ey. Der sieht schon richtig... total aus, ey. Das hat er gemacht. Genau so war es. Daniel. Okay, beenden wir das. Und Adam einmal zurückweisen. Jetzt genießen wir doch zusammen die letzte Szene, also das können wir auch nicht überspringen. Und dann haben wir da auf jeden Fall einmal die Trophy bekommen. die Platin. Die Platin haben wir jetzt gleich. Also wir kriegen noch eine Goldtrophäe. Fürs Abweisen. Und danach die Platin. Ich habe das Gefühl, es muss so enden. Du siehst, ohne einen willenden Host, muss ich dich ausdrücken. Glücklich habe ich einen besseren Platz für dich gefunden. Entschuldigung, Vater. Ja, Adam hatte ich einen richtigen Dachschaden. Also, Cyber Adam. Oh nein! Oh nein! Die Batterie. Wir werden hier nie mehr rauskommen. Hm. Oh, da bist du. Bad drone, bad drone. Someone did a number on you. Did you to walk off? Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. All the Janis is going to fix you. But that Janis also has something to do with which he can connect there. I mean, he just saw that he has something there, but maybe because he was back in the military and they automatically had something to do with it. I don't know. So... Here you can see how he was on the ground. Also, das heißt, passt drauf. Daher auch der Spruch dieses Need to get out. Jo, und hier dürfen wir tatsächlich Ja, Janus, also den Körper von Janus dürfen wir benutzen. Wie er auch läuft. Er zieht wirklich das rechte Bein auch hier so hinterher. Ist schon geil gemacht. Ansonsten können wir jetzt hier nichts mit ihm großartig anstellen, also außer halt jetzt laufen. Aber ich finde es cool, dass man wirklich hier nochmal auch das Charaktermodell, also dass man das nochmal so modelliert hat hier. Hm. Jane ist verliebt auf jeden Fall viel Blut. Und da wissen wir halt jetzt nicht, was da jetzt wirklich passiert ist, vielleicht noch am Ende. So, jetzt haben wir ein Todesfall in der Familie und dann haben wir auch hier die Platin Observer. Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, an dich. Und ich hoffe, du hast natürlich jetzt auch die Platin an der Stelle bekommen können. Wenn dir das Ganze gefallen hat und ich dir helfen konnte, dann würde es mich freuen, wenn du mich supportest, einen Daumen nach oben lässt, da lässt. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn du auch beim nächsten Guide hier wieder mit dabei bist auf meinem Kanal. Mir bleibt jetzt nur noch an der Stelle, dir alles Gute zu wünschen, noch viel Spaß beim Zocken und ja, ich bin mal gespannt, was ich jetzt gleich als nächstes, beziehungsweise das heißt gleich, was ich dann als nächstes im Rahmen der 30 Tage 30 Platin Challenge hier noch zocke. Ja, aber das wirst du dann in einem anderen Guide wahrscheinlich noch sehen. Also in diesem Sinne, wir sehen uns dann im nächsten Video. Hau rein und mach's gut.